Loll Äh, wann fanden die an? Ja, ich hab den Livestream jetzt gestartet. Jetzt teste ich, ob die Leute Sound haben. Warte, ich mach mal kurz irgendwie Musik an, so Beißspielmusik. Und wär cool, wenn die im Livestream sagen würden, ob die Sound haben. Oder geh du mal in den Livestream oder so Leon oder Klicke. Was? Ja. Beißspielmusik, ey. Du musst noch die Genie hier in den Teamspeak holen? Hm? Die Genie hol ich dann auch noch in den Sound in das TS, ich spieg ja mit. Ja, ich hör was. Also du hörst diese komische Musik, ja? Ja. Und meine Stimme auch? Ja, und meine auch. Deine auch? Okay. So, dann werd ich mir noch der Genie hier TS-IP geben. Ist gleich zu Ende. Ich lock dann gleich mit. Leid dich mal ein bisschen, ne? Ja, noch sechs Minuten. Bleib mal ganz geschmeidig. Zwei Minuten. So, die Leute hören auch Musik, das ist schon mal sehr gut. Ähm. Zemtex kam eben gerade kurz online, wollte meine Handy-Nummer und ist dann direkt wieder offline gegangen. Okay. Ich weiß nicht, ob er heute am Start sein wird. Genie wird auf jeden Fall am Start sein. Wir warten jetzt noch mal ein bisschen, bis sie kommt. So lange kann ich ja schon mal Worsi starten. Hm. Dann machen wir mal hier Internet Explorer aus. So, ähm, ähm, Worsi haben wir da. Und starte ich gleich, sobald alle da sind. Ja, bei mir dauert's noch. Zwölf Minuten. Bei mir dauert's noch zehn Minuten, muss ich sagen. Was machst du denn? Äh, ich würd gern auch schnell was essen, wenn's geht. Wie lange dauert das denn? Zehn, 15 Minuten. Ja gut, dann tun wir in zehn Minuten oder so starten, 15 Minuten. Ja, fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten. Jo, mach's klar. Ja, fünf Minuten ist mein Dingsender, mein Part. Meine Frage. Wir müssen doch gucken, ob's überhaupt geht, weil heute gab's wieder DDoS-Attacken auf Oasis-Haber. Also, was bei mir war, wir haben zu dritt gespielt, ähm, ich hab glaub ich, wir haben einige Waffen gefunden. Baseballschläger, Messer, Hammer, Geld ohne Ende, Essen ohne Ende. Auf einmal hatte ich einen Black Screen und war tot. Kann das ein Hacker gewesen sein? Nee, ist dann wahrscheinlich ein Zombie gewesen. Ja gut, aber warum hab ich dann einen Black Screen? Hat der mir die Auge zugehalten, da das? Ich weiß es nicht. Am Spiel, das hatten meine Kumpels auch schon mal. Okay. Einfach Black Screen, dann kamen 10.000 Zombies und haben sie getötet. Ja, meine Kumpel, die hatten keinen Black Screen, aber sind dann auch irgendwann verreckt. Bin als erstes gestorben. Ja, und alles weg. Wenn ich Geld einsammle, ist es dann weg oder hab ich's dann noch? Nee, das hast du. Oh, nice. Und was kann ich mit dem Geld machen? Ich hab jetzt zwei neuen Stoller. Kann ich mir Waffen kaufen, oder was? Ähm, nee, Waffen kannst du dir generell nicht kaufen, aber Munition und Nachtsichtgeräte. Oh, okay. Nachtsichtgeräte, krass. Nachtsichtgeräte sind wirklich wichtig in der Nacht. Ja, die kosten dann bestimmt so ein Tausender oder so. Das sind jetzt auch die Nachtsichtgeräte. Nee, ich glaub Nachtsichtgeräte liegt jetzt bei 10.000. Hahaha. Du musst noch einige Zombies töten dafür. Aber wir haben alles mögliche an Zeugs jetzt schon gesammelt. Okay. Hey, Genie, die gleich kommt, die hat auch einiges, aber die wird sich jetzt einen neuen Account erstellen, weil sie keinen Bock hat, gleich alles zu verlieren. Kann ich verstehen. Ah, okay. Ich nehm jetzt auch nicht die besten Sachen mit. Ich hab ne Pistol gefunden, die nehm ich, glaub ich, auch nicht mit. Ich weiß... Oder doch, die nehm ich mit. Komm, die Leute wollen sehen, dass ich mal ein bisschen verkacke und ein bisschen baller. Was hast du denn für eine? Äh, die 5-7 hab ich gefunden. Ah, okay. 20 Schuss. Ich find fertig. Ja, da ist die Munition schön rare für. Ähm, was ich auf jeden Fall machen will, ist, dass wir Spieler finden und die dann halt lünchen. Die Sachen klauen, flündern, töten. Ja, gerne. Lacher töten. Weißt du, was die bei uns gemacht haben? Ich hab ja so recorded, ich hab so nen Test gemacht. Und zwar, Leon und ich waren da. Und da war ein Gegner mit ner Waffe. Der hat auf uns gezielt. Wir haben uns vorhin hingelegt, haben noch geschrieben, bitte nicht schießen und so, weißt du? Und er hat dann halt ein bisschen überlegt und dann auf einmal höre ich den Schuss, mein Kumpel ist tot, ich renne um mein Leben. Er hat dann gedacht, du kannst keinen vertrauen im Spiel, das ist heftig. Du kannst da keinen trauen, ist nicht. Wir hatten das letztens auch, da sind sogar Leute auf dem TS zu uns gekommen, die haben uns dann mit nach Boulder genommen. Meinten, die ey, wartet man, haben sie uns alle erschossen. Dann hat's noch hingekriegt, einen von denen zu erschießen, dann hat sich rausgestellt, dass es Hacker waren. Oh, das ist ein Scheiß, ey. Loll, ey, voll... Ja, toll, ja, durch den Fehler. Ach, den Fehler hast du schon wieder. Ja, f*** ich schon, wie hart er die ganze Zeit. Alter. Also ich bin nur 10-15 Minuten da, ja? Ey, das suckt doch, ne? Das Spiel ist doch... Ja, alles klar, dann komm in 10-15 Minuten. Alles klar. Er ist schon froh, oder wie? Weiß auch nicht, was das Spiel ging. Ja, eben warst du drin, also es sollte nicht so schwer sein, gleich wieder reinzukommen. Ja, jetzt geht's. Siehst du. Ja, wir warten heute noch so ein bisschen. Genie muss ja auch noch kommen. Also wie gesagt, wir wollten auf jeden Fall lolzocken, aber ich denke mal, daraus wird nichts. Ja, ich habe eben gerade geguckt, ich war eine Stunde in der Warteschlange. Spitball. Was? Du hast doch halt, äh, durchgelaufen, wenn du Warzart spielst. Dini ist da. Ja gut, wo ist sie? Oben. Ja, die kommt gleich hier rein. Ja, die kommt gleich hier rein. Okay. Oh nein. Also ich habe jetzt schon alles gestartet und so, ähm, wir warten jetzt noch, weil der eine Kollege noch essen will, der andere möchte das noch machen. Ja, na von mir der eine, der kommt, müsste eigentlich auch gleich kommen. Okay, gut. Wir wollen halt ein bisschen Warzit zocken, lol geht ja leider nicht. Sonst hätten wir lol auch noch zocken. Kannst du, warte mal ganz kurz, kannst du bitte mal da Kasper runtermoven? Selbstverständlich. Ich habe denen zwar das Passwort gegeben, aber irgendwie, naja. Den habe ich auch bei lol geedit und der möchte jetzt Warzit mitzocken. Hm? So sieht aus. So sieht aus. Hallo mein Freund. Hallo. Hallo. Hallo meine Freunde. Haha. Slimer. Also wir warten noch ein bisschen, dann kann's losgehen. Ich nehme mal an, ihr nehmt nicht die besten Sachen gleich mit. Ähm, ich gehe mit einem Charakter rein, der eigentlich komplett nackig ist, außer halt eine Waffe wenigstens zum Zombies totschlagen. Okay, also ich denke mal, dass ich meine Five Seven mitnehme, die ich eben gerade gefunden habe, beziehungsweise gestern glaub ich war das. Okay. Die Leute wollen ja was sehen im Livestream, wenn ich da mit einer Taschenlampe rumlaufe oder wenn's dann noch Nacht ist, dann sieht man ja gar nix. Ja, aber bitte, bitte nicht mit der Taschenlampe rumlaufen, vor allem nicht nachts. Dann bist du sowas von Futter für die ganzen, äh, ja Leute. Äh, die Zombies aber, die reagieren nicht so extrem drauf, hab ich gemerkt. Ne, ja, aber die Taschenlampe sieht man aus fünf Kilometer Entfernung, wenn da ein anderer, wenn da ein anderer langläuft, der denkt sich da, oh, da betreibt jemand Selbstmord mit der Taschenlampe, weißt du? So wie mit dem Blut. Ja. Ja, das war heute auch so lustig. Wir haben ja vor uns schon gespielt, also Justin und ich, also der Kasper. Mhm. Und ich war so weit verwundet gewesen, dass ich die ganze Zeit eine Blutlinie hinter mir her gezogen hab. Mhm. Da auch so, das ist auch natürlich eine gute Unlockmethode für andere Leute. Die denken sich, oh, da ist jemand verletzt. Krass. Ja, im Endeffekt, ja. War mir dann doch noch tot gewesen. Hatte ich auch eine Five Seven gefunden gehabt zu dem Moment. Boah, ich hab mich jetzt eben gerade geärgert, das hab ich dir aber erzählt. Ich hab alles gefunden, Baseballschläger, Hammer, Messer, Essen und Edel. Du hast keinen Baseballschläger gefunden, ich hab den gefunden. Doch, ich hab dann deinen gefunden, als du gestorben bist. Achso. Und dann hatte ich einen Black Screen und war weg vom Fenster. Okay. Das find ich natürlich auch gut. Ja, ähm, wo streamst du jetzt? Bei Twitch oder bei On? Wir streamen bei Twitch. So, bei On geht er gar nicht. Kannst du mal den Link geben? Äh, twitch.tv slash pitbull.tv. Okay. Du hast twitch.tv slash pitbull.tv, hallo? Haha. TV, TV, TV. Überall TV. IndyTV. Die Leute sind halt jedes Mal so am Start, die sehr gerne lol mitzocken, weißt du? Und da leider lol nicht funktioniert, ist das zum Kotzen. Ja, das lohnt sich auch jetzt nicht wirklich. Also ich hab jetzt von mir einen aus dem Clan, der hat auch gesagt, ja und ich zock nachher mal ne Runde lol. Er konnte sich gerade einloggen, was kam? Eine Stunde und 30 Minuten Wartezeit. Ja, hatte ich eben auch grad. Um einzuloggen und da denk ich mir, das lohnt sich gar nicht, weil selbst wenn jetzt einige von den Abonnenten eingeloggt wären, also da gibt's dann wieder die andere Hälfte, mit, ah ich konnte nicht online kommen und bla bla und keine Ahnung und das ist einfach doof. Lohnt sich nicht wirklich. Wenn wir das einfach verschieben und einen anderen mal wieder machen. Ja. Ist halt mal wieder Worsi am Start, beziehungsweise das heißt wieder das erste Mal. Hab's mir nur ein bisschen angetestet. Also definitiv nicht die Taschenlampe anmachen. Wann macht man die denn an, deiner Meinung nach? Gar nicht anmachen. Gar nicht anmachen. Am besten direkt wegschmeißen, wenn du dich da hast. Nee, sonst kann ich ja nicht schlagen. Ja, dann pass auf, dann... Genie. Hm? Soll ich die Kruger mitnehmen, also die Episole? Nee, lass mal, nimm lieber nur irgendwas normales mit. Ja, Tactical Knife hab ich noch. Ja, das findest du sowieso wie Sand am Meer, dann nimm das lieber mit. Ähm, also du hast jetzt gar nichts außer die Taschenlampe Pitball. Und die Five-Seven. Die Five-Seven, ja gut, die Five-Seven würde ich dir auch raten nicht unbedingt zu benutzen. Ähm... Falls wir mal einen anderen Spieler sehen, weil ich hab so Lust, den zu plündern. Hm? Falls wir einen anderen Spieler sehen, ich hätte echt Bock den zu plündern, so wie die es bei mir gemacht haben. Ja, das können wir ja machen. Nur das Problem ist, bei der Five-Seven, das ist eine Pistole. Ja. Mit was tötest du die Zombies? Normalerweise mit dem, mit der Zwei, also du hast ja auf der Zwei die Nebenwaffe, mit der Nebenwaffe. Richtig, richtig. Und ja, das Problem ist, die Five-Seven ist kein Hammer. Das heißt, du kannst dann maximal, ich weiß nicht wie viel Munition da drin ist, maximal 20 Zombies killen. Das war's dann. Mhm. Deswegen, ich nehm Pistolen eigentlich schon gar nicht mehr mit. Es sei denn, ich hab Massen an Munition dafür. Okay. Ne, also ich wollte jetzt nicht mit der Pistole auf Zombies ja gehen, wenn ich mal so ein Zombie klopfe, dann mit der Taschenlampe. Mit der Pistole wollte ich mich halt wehren, wenn da ein Spieler am Start ist. Ja, aber du willst mir doch nicht sagen, dass du jedes Mal, wenn du einen Zombie siehst, in dein Inventar gehst, das Ass wieder wechselst und wieder, äh... Das sind doch zwei Klicks. Das ist I und dann mit der Maus rüberziehen, wie, nochmal I drücken und dann hast du das. So, dann bin ich wieder. Bis dahin bist du tot. Okay. Sollte sich vielleicht vorher verstecken. Mach das mal, wenn drei Zombies neben dir stehen. Das will ich sehen. Oh man. Ne, ich mach das jetzt, ich hab sowieso noch ein bisschen Geld, dann ähm, kaufe ich uns mal jetzt so eine Hammer oder irgendwas. Okay. Okay. Oder hast du noch irgendwie sowas einstecken, Hammer, Messer oder sonstiges? Ich muss gleich mal gucken, ich hab jetzt grad das Spiel nicht gejob... beziehungsweise ich könnte es doch langsam mal anmachen. Ich hab schon an. So, ich bin schon drin im Spiel. Also nicht im Spiel, direkt aber im Menü. Okay. So, ich start, äh, ich lade gerade. Genie spiel aber, spielst du mit Genie oder mit der Kasper? Ich spiele... mit... Welfi-Stress. Also mit nem komplett neuen Schar. Mach doch bei Genie alles raus. Obwohl, ja, ich kann... Damit wir uns sehen, weißt du? Wegen Clan. Ja, 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 ja. Ne, das stimmt, da geh ich mit der, die ist sowieso jetzt nackig, von daher. So, ich hab ne Taschenlampe, ich hab Bandagen, ich hab Cola, äh, ich hab Painkillers, ich hab Chips und ne Five Seven. Das ist von mir. Was hab ich von dir? Okay. Ne. Ähm, also du hast jetzt nichts irgendwie, was Hammer oder sowas hast du nix? Ne, das hab ich alles verloren, weil ich ein Black Screen hatte und dann gestorben bin. Ne, dann kauf ich dir jetzt mal ein... Hammer. Du willst mir ein Hammer kaufen und dann bist du sauer, wenn ich den verliere, wenn ich sterbe. Ne, wieso? Ich hab doch genug, äh, cheesy. Okay. Ähm, Justin, hast du jetzt noch Hammer oder sowas? Ich hab ne. Achso, du hast das Messer, stimmt, okay. Fast. Hm, und ich nehm die Kruger trotzdem noch mit. Ja, okay, dann... Falls wir auf böse Menschen treffen sollten. Jo, ne, ist okay. Also ich hab echt Lust, paar Leute zu töten. Also ich hab echt Lust, paar Leute zu töten. Also ich hab echt Lust, paar Leute zu töten. Also jetzt keine Zombies, sondern echte Leute. Da hab ich richtig Lust drauf. Ähm. Ja. Gut, okay. Dann musst du dann bloß mal sagen, auf welchen Server wir, ähm, drauf sollen. Ja, ja, würd ich sagen, suchen wir dann aus, wenn alle vollzählig sind. Wenn alle am Start sind. Ja. Ich glaube, ein Kollege ist grad auch am Futtern, der sollte in 5 Minuten fertig sein. Also soll ich mit nix starten, oder was meinst du? Ja. Also wirklich am besten, ja, das Flashlight, ähm, in dein Global Inventory reintun oder wegschmeißen. Weil das bringt dir wirklich nix. Sobald du tagsüber magst es zwar noch gehen, obwohl man das da selbst super sieht. Wenn du irgendwo in der Stadt bist, ein Zombie schlägst, dann sieht man immer die Lichtstrahlen. Und wenn du weiter weg bist, ja, dann sieht man dich sofort. Und gerade für Leute, die halt gute Waffen haben, da bist du rucki zucki tot. Und ein gefundenes Fressen. Schön, dass es so Sniper gibt, die den ganzen Tag irgendwo abpimmeln, bis sie jemanden sehen. Ja. Echt? Ja. Na, wir haben auch halt so, äh, der Kasper und ich, wir waren vorhin in, äh, Camp Splinter gewesen. Und da gibt's halt die Aussichtstürme. Und da hat sich wirklich einer, das so, vor Barriak... So, bäh, 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 bäh. halt so dicht gemacht, dass da halt kein Zombie und niemand hoch kann. Und der da oben halt schön alle hoch sitzen kann die ganze Zeit am Snipern ist. Man hat ja so Barrikaden, die man aufstellen kann, wie ich mit dem... Genau, hab ich auch jede Menge, aber die hab ich alle im Global Inventory. Krass, krass. Wie kann ich denn was in meinem Global Inventory machen? Du siehst ja gerade im Livestream, wenn du's siehst... Du, ähm, warte, warte, warte. Wieso steht hier, äh, hier oben überall Survivors, 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 Survivors... Ja, warte, 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 ich muss mal eben schnell wieder reinschauen. Voll nervig, ey, bei Grim Gronkh Let's Play war das nicht so. Warte, 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 erstmal wieder schnell anmachen, Stream. Und guck gleich mal, ob du Game Sound hast. Er sollte zwar extrem leise sein, aber er sollte an sein. Vorher hab ich getestet, da war er, glaub ich, aus. Also in Game Sound hör ich jetzt nicht, aber du kannst mir jetzt gerne mal zeigen, was du meinst. Äh, wie ich etwas in mein globales Inventar reintue. Das geht nur, wenn du entweder tot warst, so kommst du halt automatisch dann rein, also sobald du dann wieder am Leben bist, oder wenn du in eine Safety Zone kommst, die halt rot auf der Karte markiert sind. Wenn du in dem Bereich bist, kannst du, kannst du auslocken und halt in dein Global Inventory reingehen. Okay. Also wenn man tot ist, in so einer Safe Zone ist oder wenn man, äh... Genau. Okay. Also wirklich nur, wenn man gestorben ist und halt dann wieder anfangen will mit Spielen, da kann man halt in sein Global Inventory oder halt in der Safety Zone. Und ich persönlich mag's halt immer so, wenn ich jetzt mal so bessere Waffen oder sonstiges oder Haufen Munition gefunden habe, geh ich halt direkt in eine Safety Zone und geh das erstmal alles sichern. Einfach aus dem Grund... Aber das ist doch sau weit entfernt, oder, in so eine Zone zu gehen. Ja, das sind ja verschiedene, es gibt ja verschiedene. Es gibt ja im Norden, im Westen und im Süden, glaube ich. Und das sind Zonen, wo keiner schießen kann, oder? Keiner kann nicht töten. Ja, nicht im Osten, im Westen, im Süden. Hm? Da kann dich keiner töten. Ja, da kannst du nicht schießen, ja. Das Problem ist aber gerade bei den Safety Zone, dass es meistens so ist, dass, ähm, ja, gerade Leute, die halt Langeweile haben, die, äh, die champen, äh, champen, sag ich schon, die campen dann irgendwo in der Ecke. Vor der Zone. Ja, genau, vor der Zone und warten entweder bis du rauskommst oder bis du reinläufst. Das habe ich schon so oft gehabt, das sind wirklich teilweise Gruppen von vier, fünf Mann, da auf der ganzen Linie verteilt sind, wo die Safety Zone anfängt. Und dann halt dort warten, bis da mal irgendeiner reinläuft. Das ist krass. Ähm, an die Leute im Livestream, ihr könnt mitzocken, klar. Ich wüsste halt nur jetzt nicht, wie wir das machen. Wir müssen halt denselben Server joinen, ihr guckt dann halt in welchen wir gehen, und dann joint ihr drauf, würde ich sagen. Genau, und dann halt sagen zum Beispiel Treffpunkt dort und dort. Genau, ihr hört ja, wenn wir sagen, wo wir uns treffen und sonstiges. Ähm, ganz kurz, hört ihr den Gamesound? Der sollte zwar leise sein, aber er müsste an sein, weil ich habe keinen Bock ohne Gamesound zu spielen. Ich höre ihn auf jeden Fall. Vielleicht ist er auch einfach zu leise, wo habe ich denn hier Optionen? Da, 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 irgendwo. So, einmal ganz kurz laut machen. So, jetzt mal kurz im Livestream gucken, ob er an ist. Warte, warte. Warte, warte. Ja, merkwürdig finde ich... Ah, doch, der... doch, der müsste an sein. Jo, jetzt höre ich's. Okay, sehr gut. Ähm... Ah, der ist ein bisschen zu laut, finde ich jetzt irgendwie. Ja gut, ich wollte es ja nur testen. Chile. Alter, ich hasse das, wenn ich mich dann selber höre in irgendeinem Stream. Okay, ich lass es einfach so. Ja, nee, so ist okay. Ich denke mal, wenn man dann ingame ist, dann bin ich so nicht mehr ganz so schlimm. Ah, ich hab 92 teuer, tatsächlich. So, was kann ich mir davon kaufen? Lieber noch gar nichts. Ach du Scheiße, ist so teuer. 92, das ist halt direkt das Ingame-Geld, was du von den Zombies bekommst. Aber teilweise halt die Artikel, die für Ingame-Geld sozusagen gehandelt werden, sind sausau teuer. Und das GZ zum Beispiel, das bekommst du halt, wenn du ein höheres Paket gekauft hast, also um das Spiel zu spielen. Ich hab halt damals, ich hab das noch vor der Alpha, hab ich das Spiel gekauft für 20 Euro, das Legend-Paket. Das war damals noch extrem günstig, weil keine Sau das Spiel kannte. Ich kann das von dir, glaub ich, von dem Video, wo du das getestet hast, die Beta oder Alpha, keine Ahnung. Alpha, hm. Und ja, wie gesagt, das kannst du auch kaufen, aber ich glaub nicht, dass es sich lohnt, in dem Spiel reales Geld reinzustecken. Okay. Und alles, was ich hier sehe und kaufen kann, kann ich auch im Game finden. Ja. Alles, auch die ganzen Masken. Ja, du kannst alles finden. Cool. Aber das dauert halt seine Zeit. Was du halt sehr oft findest, sind irgendwelche Helme oder Hüte. Ja, ich hab schon einen Kürbis gefunden. Seltener sind zum Beispiel jetzt die Backpacks, die du da grad anschaust, oder Brustpanzer. Und ansonsten, ja, Waffen findest du eigentlich inzwischen auch fast wie Sand am Meer, Munition sowieso. Und was immer Not am Mann ist, sind Antibiotika und Bandagen und so'n Spaß. Obwohl, Bandagen an sich bringen ja nicht wirklich viel. Außer die orangenen Bandagen, aber die grünen Bandagen zum Beispiel, die... Boah, für'n Arzt. Okay. Ich hab dir jetzt grad, da oben hab ich dir grad den Hammer gekauft, den du da siehst. Den kriegst du danach, wenn du, wenn wir uns in den Game sehen. Äh, den für 70 GC. Genau. Okay. Ja, den hab ich auch vorhin gefunden, bevor ich gestorben bin. Mhm. Na, den findest du auch relativ oft. Bloß das Problem ist halt wirklich, wenn du ja von Null wieder anfängst, du musst irgendwie durch die ganzen Zombie-Massen kämpfen und das ist halt ohne irgendwas, das ist ein bisschen doof. Okay. Und ich hab zum Glück noch über 5, 4000, 5000 LGC. Da kann ich mir sozusagen immer ein Start-Item wieder nehmen, ne? Gab's schon Situationen, wo du sehr, sehr viel hattest, wo dein Item voll ist, äh, beziehungsweise deine Tasche voll war und du dann gestorben bist? Was war damit? Äh, gab's schon so Situationen, dass du alles voll hattest? Okay. Ich hab das, das war glaube ich noch in, ja, in der frühen Beta, das war kurz nach der Alpha, da hatte ich gehabt, oh Gott, ne, äh, M4 hatte ich wieder gehabt, ne Mosberg, zwei Mosberg sogar, jede Menge, ähm, Schrotblind-Munition, also eigentlich hätte ich damit locker, pfff, Ewigkeiten damit kämpfen können. Dann hatte ich wirklich Massen an Essen und Trinken, zwei Military Rucksäcke, einmal so einen, so einen Brustpanzer gehabt, so einen komischen Helm, na gut, die Helme sind auch wie das andere mehr. Und ne Pistole, ich glaub das war die Kruger irgendwas, keine Ahnung. Okay. Und noch irgendein, äh, ne MP oder ne, ja, ähm, irgendeine Waffe noch, keine Ahnung. Also ich hab wirklich sau viele Waffen gehabt und da war ich grad auf dem Weg zum Safety-Zone wollte das ganze Zeug sichern. Ja, und dann bin ich auf die Truppe gestoßen von den vier Mann, also, oh, da hab ich so abgekotzt. Krass, krass. Ähm, was würdest du sagen, Daisy oder Worsi? Ich hab Daisy noch nie gespielt, von daher kann ich das nicht genau sagen, was besser ist. Ah, was ich nicht spiele, okay. Das ist nicht so gut gewesen, dass man halt dann irgendwann mal fahren kann mit den ganzen, ähm, Fahrzeugen. Aber ich muss mal das ehrlich dazu sagen, die Entwickler haben es auch ganz schön schleifen lassen. Die haben die ersten zwei Wochen in der Alpha, haben die noch jede Menge Bugs gefixt und haben halt versucht, so viel wie möglich halt zu ändern und, ja, besser zu machen. Aber dann wurden die sozusagen wirklich richtig geldgeil, haben dann immer nur, ja, wollen, 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 Geld, Geld, Geld. Äh, und, ja, haben dann echt kaum noch was am Spiel gemacht. Dadurch haben die auch jede Menge Leute wieder verloren. Ich habe dann auch, glaub ich, so einen Monat dann zwischendurch gar nicht mehr gezockt, weil mich das Spiel so angekotzt hat, zum Beispiel, dass die Zombies unverwundbar waren. Es sind 30 Zombies hinter dir herlaufen und, ähm, die konntest du nicht töten. Einfach nur laufen, laufen, laufen. Okay. Und, ja, die haben wirklich, äh, sauviel verkehrt gemacht, auch gegenüber der Community. Aber inzwischen, es gab ja einen öffentlichen Brief von dem Entwickler, Entschuldigungsbrief, und seitdem, ja, tun sie halt wenigstens nach und nach was bessern. Okay. Und haben halt zum Beispiel auch nach und nach jetzt immer mal so Geschenke ins Global Inventory getan, wie, äh, wie die zwei, ähm, Mareten oder keine Ahnung, was das sein soll. Ding oder? Und, naja, aber ansonsten... Das mir auch aufgefallen ist... Das hätte schon viel früher viel besser sein können, sagen wir's mal so. Naja, vielleicht schon das ist irgendwann mal der Knaller. Was mir bei Daisy jetzt aufgefallen ist, dass die Zombies hier wirklich hinterher sind, und dich wirklich töten wollen und du eine halbe Stunde weg rennst und die dich trotzdem irgendwann mal kriegen. Und hier rennst du ein Stück, drehst dich um und Zombies wieder weg, ist mir aufgefallen. Also hier kannst du dir wirklich leichter abhängen. Ja, es kommt, es kommt ganz drauf an. Also wir hat, ich hatte schon Situationen gehabt, bin ich wirklich dran gestorben. Also es gibt ja Zombies, die laufen richtig schnell. Und manche Zombies sind extrem langsam. Okay. Und bei einigen Zombies, die rennen echt dir so lange hinterher, bis du tot bist. Es ist wirklich so. Ich hatte... Das war vor knapp einem Monat. Da bin ich gelaufen, gelaufen, gelaufen. Hatte auch keinen Sprint mehr gehabt. Also ich wechsle ja immer, dass ich ungefähr meinen halben Sprint verbrauche, um das dann wieder aufzuladen, dann wieder zu rennen und so weiter. Dass ich eigentlich nie im Sprintnot bin. Aber der Zombie war so schnell, ich musste die ganze Zeit noch sprinten. Krass. Und der rannte mir die ganze Zeit hinterher. Und der hat es dann irgendwann geschafft, mich umzubringen. Der rannte mir über die halbe Karte. Krass. Und dann gibt es auch wieder Zombies, die bleiben nach fünf Metern schon stehen. Und einige, wie heute halt... Ja, da muss man schon ein paar hundert Meter laufen, um dass die dann stehen bleiben. Also es ist echt unterschiedlich. Okay. Aber ich finde es gut, dass es halt nicht gleich ist. Dass die dann direkt alle stehen bleiben. Es gibt wirklich welche, die sind so hartnäckig. Die rennen da einfach hinterher bis zum Umfallen. Irgendwas ich gar nicht feiere ist zum Beispiel, ich war auf der Wiese, hab mich da hier so rumgekrochen, lag da richtig auf dem Boden. Auf einmal hab ich dann so einen Zombie getroffen, weißt du? Der lag da neben mir. Ich hab mir da fast in die Hose geschissen. Ich musste dann wieder aufstehen. Der ist natürlich schneller im Aufstehen als ich. Und dann konnte ich rennen. Das ist echt schlimm. Das ist vor allem wenn es dunkel ist, ganz gefährlich. Richtig. Ich hab eben gerade recordet, es war Nacht und dann liegt da ein Zombie neben mir. Ich sehe hier gerade die ganzen Masken. Wenn ich jetzt eine Maske kaufen würde, die aufziehen und dann sterbe, ist die Maske weg, richtig? Ja. Oh, das ist ja echt zum Kotzen. Alles weg, außer dein Ingame-Geld, was du einsammelst. Okay. Also alles, was du im Inventar siehst, ist alles weg. Scheiße, das ist ja richtig. Und wenn man auf Hardcore spielt, das bedeutet dann, wenn du tot bist, ist dein Char weg. Ja. Okay, Hardcore ist nichts für mich. Nee, hab ich auch nicht, weil ich hab jetzt inzwischen, muss ich mal eben schauen, ja nicht ganz so viel. Also ich hab jetzt, ähm, ein Tag 59 Minuten, ähm, über 1000 Experience, 205 getötete Zombies und gerade noch zwei Zivilisten. Und ganz ehrlich, das will ich nicht missen. Gerade eben deshalb, weil wir haben ja mit dem FF5-Clan, haben wir ja einen Clan erstellt und, ähm, ja, wir wollen dann halt auch mal im Rang halt weiter oben, nach oben steigen. Wenn du dann Hardcore spielst, ist das ein bisschen doof, weil dann ist das ja alles immer wieder weg. Hm. Okay. Ähm, die Leute sagen, wir sollen schon spielen. Wer ist denn jetzt schon im Teamspeak anwesend und könnte direkt loszocken? Ich. Ich. Also sind alle da? Ja. Okay, super. Ja, warum warten wir denn? Ja, warum, warum sagt ihr nichts? Wir warten ja extra. Ich warte auch die ganze Zeit. Okay, dann würde ich sagen, suchen wir schon mal direkt einen Raum an die Leute, äh, die zuschauen. Dann drückt man auch mal schon mal den Server-Browser auf. Wir gehen dann alle in den selben Raum. Ich würde mal sagen, wir suchen einen, der sehr leer ist. Ja, ich muss mal eben ganz kurz mal relocken, weil ich war grad in der Community drin, aber... Weil das hängt sich dann gerne mal auf, das Spiel. Okay. So. Ich hab ja die ganze Zeit rumgedrückt. Äh, kurze Frage? Ja. Kann ich mal meine Freundin mitbringen? Ja klar, du weißt ja das Passwort vom Raum. Jo. Und an die Leute, die jetzt die ganze Zeit gefragt haben, und das war jetzt eine Person, Ja, ihr dürft mitspielen, beziehungsweise nachjoinen. Mit sprechen ist was anderes. Ich hab keine Lust, dass der Teamspeak hier voll wird und dann hier 20 Kinder rumreden. Ne, mit sprechen muss er nicht sein, aber ich mein, die hören uns ja, wenn wir zum Beispiel sagen, dort und dorthin hören die uns ja, von daher dürfte das ja theoretisch reichen. Ihr hört, wo wir hingehen, ihr könnt auch hingehen und ich seh den Chat mit dem linken Auge, ne, ich hiel da drauf, ich seh meinen Laptop und wenn ihr dann schreibt, hier, hier bin ich oder so, nicht schießen, ich bin auch da, dann sehen wir das schon, beziehungsweise das werd ich dann sagen. Ich werde, ich beobachte den Chat, also, wir werden euch nicht abklären, was das hier ist. Sofort töten hast du gesagt. Sofort töten. So, also, Europa auf jeden Fall anklicken, sonst hab ich eigentlich die Standardsachen angeklickt. Finden wir irgendwie einen leeren Raum, leer, leer, leer? Na, leeren Raum findest du nie. Ich tu mal hide empty. Es ist denn, du mietest dir später einen Server, aber ansonsten leeren, ganz leeren. Sehr selten. So. Ich hab jetzt hier zum Beispiel einen, da sind grad mal 16 Leute drauf. 15 Leute, 14 Leute. Das mit den 14 Leuten, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Gut, dann, ähm, wie heißt das? Ich glaub, weniger findest du sowieso nicht mehr auf dem Server. Ähm, EU-Server 233. EU-Server, oh Gott, wie weit unten bist du denn? Ja, ich fang immer von unten an, weil das sind die leersten Server. 232. 233. 233. 233. 233. Okay, Leute, ihr habt's gehört, EU-Server 233, da joinen wir jetzt alle. 15 von 50 sind da gerade, ich mach das hier als Favorit und join den Server. 233. Schreib ich noch meinen Chat für die, die es nicht raffen. 233. 233. Genau, hat's noch jemand drauf geschrieben, sehr nice. 233. Ich hab übrigens, ähm, den Livestream bei Facebook geteilt, wenn es so richtig ist. Ah, nice! Ja, ich seh grad, 55 Zuschauer. Ich hoffe, da sind jetzt nicht die Hälfte, die nur LOL zocken wollen. Das klappt wohl heute nicht. 243. Ja, wir können ja später mal schauen, aber das ist halt wirklich seit dem Season 3 Patch, sind ja alle überfordert. Selbstverständlich. Seitdem gibt's ja nur Probleme im Moment bei LOL. also ist das tag nice wo seid ihr denn gespawnt ok ich bin noch gar nicht gespawnt ich bin noch im ladebein ich bin direkt oben auf dem roten achso ihr seid noch gar nicht da wo treffen wir uns in smallville what the fuck Justin du stehst genau neben mir geil hinter dir also ach weil wir uns doch hier ausgelockt haben oder jo genau jungs und mädels also ihr guckt nein wir haben uns nicht hier ausgelockt ja aber wir sind gleichzeitig ist noch du bist auch gestorben oder nicht ja naja und dann sparen wir an der gleichen stelle wieder ist ganz klar so wenn der gleiche stelle geschützt dass jemand auch da ist nein wir sind nicht hier gestorben ja ist egal jetzt passen auf die eben live stream wo ich bin ich bin ganz oben oft bei dem roten kreis blue irgendwas kann genau machen dann machen wir das so dass wir uns wahrscheinlich in smallville treffen weil ich bin genau unter smallville mit der kasper ähm ich warte noch kurz weil ein abonnent ist gerade da wo ich bin ich warte gerade auf ihn wir sind auch blue rich guck mal Justin ich bin noch nicht gespawnt ach wie ist eh oh wenn so viele hier oben sind das ist ja richtig nice perfekt da wird das schnell quitten so gamestown habt ihr auch im live stream oder das ist mir persönlich wichtig ich finde gamestown richtig geil lol wie 20 zuschauer ausgeschaltet haben als ich gesagt habe heute gibt es kein lol okay dann würde ich sagen wie gesagt dass wir uns da oder wir treffen uns im emerald peak das ist vielleicht nicht ganz so groß da haben wir nicht vielleicht die gefahr dass wir getötet werden ja das ist nicht so weit weg von mir dann laufen wir gemeinsam nach smallville bin ich dafür bin auch nicht gespawnt aber mir dauert sie bin ich auch dafür so lieber lieber abonnent wo bist du denn wo treibst du dich rum erzähl mal ich bin auch gespawnt so toll ja wo bist du denn du sollst nicht mitreden du sollst schreiben wo du bist mein freund ich habe mich keine lust hier zwei stunden zu warten am ende bist du gar nicht auf dem server du läufst hier die safe zone rein ich weiß nicht mal wie das geht ich bin in der nähe von border city what the fuck 19 leute sind auf dem server hier wenn ich gleich abkacke gell weil ich bin jetzt vor der safe zone wenn ich gleich wie genie gesagt hat wenn da gleich leute sind die mich abknallen dann hat sich die sache schon erledigt ja warte mal am bleib am besten oben wir können auch zu dir hochkommen dann gehen wir gemeinsam dann runter genau da haben die angst dann schüchtern wir die alle ein hallo genie und pitbull genau ihr könnt doch gleich auch hier im chat schreiben ah geil genau ihr könnt auch hier schreiben ähm 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 was ist mit mir ihr sagt ja nicht hallo böse maurice ich höre glaube ich ein vogel oder jemand pfeift aber ich glaube das geht nicht so so das spiegel fällt mir richtig ich habe mich richtig richtig in der spiegel Wo wollen wir uns treffen? Ich sehe so eine Scheune, Leute. Safety Zone, ganz oben. Ist die Scheune diese Zone? Da ist die Safety Zone, ja. Aber pass auf, die Scheune. In der Scheune, da ist keine Safety Zone mehr. Doch, doch. Nein, in der Scheune davor ist keine mehr. Ach so, die große. Dahinter ist wie so ein Zombie-Fritur, wo in Tüten verpackte Zombies brennen. Oder brennen sollen. Dahinter, da ist so ein komisches Haufen Schilder und so, da kannst du auch mal hinschauen. Das dauert noch, bis ich da bin. Egal. Aber das heißt, du kannst auch mit sehr wenig Energie halt noch überleben. Du stirbst nicht, wenn du kein Essen und so hast. Ne, das nicht, aber du verlierst halt nach und nach Leben. Das ist wie bei Minecraft. Irgendwann hört es auf, dass es lebt. Ja, aber wenn du dann kein Leben mehr hast, dann bist du tot. Ach so, das heißt, du kannst doch sterben, wenn du nichts isst. Ja, aber nicht sofort halt. Das dauert eine Weile. Okay, Leute, das ist nicht gut. Hab ich gefunden. Ja, klar. So, geht's los? Ich habe sogar eine Rüstung an. Hey Leute, ohne Scheiße, ich finde hier so geile Sachen in dem Haus, aber ich habe keinen Rucksack. Wir gehen jetzt die Genie retten. Seid ihr alle bereit? Weihnachtsmann hat seine Mütze aufgezogen, es geht los. Ich will nicht vorne ran laufen. Irgendeiner, der sich richtig auskennt, sollte vorne laufen. Okay, ich. Das ist mal heute, du spielst das erste Mal. Das ist eine Lüge. Ja. Da haben wir Crouch und alle. Ich crouch durch Padball. Ja, Jungs, das ist jetzt kein Spaß. Wir laufen hier eine Stunde rum, wir müssen jetzt echt mal... Also holt ihr mich ab aus Frosty Pints, das wäre natürlich richtig geil, da kann man hier direkt die ganzen Items noch aufheben. Ja klar, wir gehen jetzt einfach mal langsam zurück. Ich möchte nicht vorne lang laufen, es wird aber schon langsam durch. Du hast eine Waffe. Ja. Mit 17 Schuss. Toll. Reicht. Noch einer. Reicht für die Genie. Was machen die denn da hinten? Wo seid ihr denn alle? Wir lassen's laufen. Ich bin schon außerhalb der Zone. Kommt noch einer. So, da kommt noch einer. Es kommt noch einer, wir müssen die Genie retten. Sie ist in Not. Boop in the face. Außerdem das Schlimme ist ja, ich verhungere und verdurste langsam, so lange wie wir hier abpippeln. Willst du was zu essen? Nee, also noch ist es weiß. Okay, ich hab auch noch was. Aber mehr hab ich auch nicht. Warte mal, ich geh mal... Wie kann man aus der Safe Zone da was rausholen aus dem Global Inventory? Bitte, du musst dich ausloggen. Ich geh jetzt nicht alleine. Ach so. Okay, lieber nicht. Kommt schon, Leute. Das hat mir schon so ne riesen Gang gemacht, ne? Ja, die bleiben da alle drin. Kommt jetzt. Umu kennt sich aus. Darf ich dich hauen, Petboy? Ich hau dir gleich da rein, du. Matrix, du hast keinen größeren Rucksack, oder? Ich seh fast so aus wie du, Petboy. Die Leute laufen hier rum und albern ein bisschen rum. Dabei würd ich mal ein bisschen aufpassen, dass hier keiner campt, ne? Ja. Hier campt überall eine. Ich hätt auch Bock, hier geile Sachen zu finden. Ja, ich auch. Ich glaub, das ist gut, dass wir so verstreut rumlaufen, wenn nicht alle auf einmal laufen. Bei diesem Emerald Peak Ding, da wo wir grad drauf zulaufen, da war auch ein bisschen Zeug. Ja, da bin ich gestorben. Ja, da bin ich gestorben. Ja, da bin ich gestorben. Dann machen wir erstmal deinen Abstecher, oder? Ja. Da waren aber auch tausende Zombies. Okay, keine Munition an Zombies verschwenden, hab ich gehört. Nee, immer Hammer. Okay. Aber wenn jetzt 20 Zombies vor dir stehen, die dich töten wollen, kannst du mit einer Hammer anfangen. Ja, einfach laufen. Du musst rückwärts laufen, dann bleiben die in einer Linie und du kannst die nach und nach tot schlagen. Du Freak. Wo seid ihr? Alter, wie lang? Der Zug ist abgefahren mit, wo seid ihr, Leute? Wir sind jetzt auf dem Weg da runter, ne? Meine Mama. Schreib's auf jeden Fall, schreib's auf jeden Fall nicht in den Streamchat, äh nicht in den Streamchat, hier in den Ingamechat. Weil dann wissen die Leute, die nichts mit uns zu tun haben, nämlich direkt, wo wir sind. So, sind wir noch vollzählig, weil ich hier nur einen Kollegen, den lebe. Ja, das bin ich. Ich wollte nicht vorne ranlaufen, aber jetzt bin ich vorne am Start, egal. Ja, und die anderen sind zurück. Wir sind unterwegs, wir schließen auf. Unterwegs, wenn ich gleich sterbe, weil da so ein Schlitzer kommt und mich absticht. Seid ihr irgendwo hinter uns? Ich lauf auf, hey, ich schau grad auf dich drauf. Ja, nicht, dass wir uns verlieren, ne? Ja, das wäre natürlich doof, und da können wir halt einen neuen Treffpunkt sagen. Hinter uns ist einer. Ich würde sagen, wir treffen uns jetzt erstmal in diesen komischen Peak-Scheiß da. Vorne Seite, ja. Emerald Peak. Und danach geht's zur Genie. Mhm. Ich bin immer noch dabei, die ganzen Häuser durchbauen. Ja, vielleicht finde ich da Essen und Trinken, ne? Auch unbedingt einen größeren Rucksack. Ich finde hier so viel auch Essen und Trinken, aber ich kann's halt nicht mitnehmen. Dann müssen wir mal zu dir, weil ich hab echt durchbauen. Ähm, jetzt Irwin, ich hab zum Beispiel einen Clan, aber man könnte ja für einen Livestream so einen extra Clan machen irgendwie. So einen Livestream-Clan, dass wir halt wie heute immer zusammenlaufen. So, weil dann können wir nämlich dann einfach im Clan-Shit schreiben, so wie Caspar und ich das nämlich können. Eigentlich immer ne ganz praktische Sache. Voll nice. Da unten sind die heute schon. Was ist da unten? So kurz... Oh, ich finde hier so viel Zeug. Mann, das ist gemein. Ja, meine, meine Leute kommen gleich. Die brauchen halt noch ein bisschen mit hinterherlaufen. Da ist einer mit so einer, äh, Faschings... Wo lauft ihr hin? Wird wohl. Ich weiß es nicht. Bisschen rechts halten. Hier ist gleich. Was? Wir sollten nicht zu weit nach links. Ja, hier vorne sind... Wenn wir nach Norad wollen. Dingerisch. Scheiße. Ja, nicht mir immer folgen. Ich möchte eigentlich jemanden hinterher rennen. Das wäre natürlich nice. Ja, ich bin rechts von dir. Lauf auf Emerald genau zu. Okay, ich sehe da ein Haus vorne. Ja. Treffen uns erstmal. Da waren aber vorne, haben wir viele Zombies, wo ich fast bei euch war. Da bin ich hier gerecht. Das sind vielleicht schöne Sachen, die wir da finden können. Ja, da war... Pitbull, wir geben dir alle Rückendeckungen. Lauf vor. Ich geh vor. Mein Loot. Alles meins hier. Oh, ich hör schon einen Zombie. Zombie, Zombie, ich hab den mal in der Hand. Nicht alle gleichzeitig draufschlagen, sonst treffen wir uns gegenseitig. Hatte ich mir auch noch was geschlagen? Was? Hast mich grad getroffen einmal. Hab ich gar nicht. Hast du Vandalen? Ja, aber ich hab nur ein ganz bisschen verloren. Okay. Ich hab auch nur ne Verschlager. Noch einer. Noch einer. Aua. Fick dich Zombie. Boah, ich wollt grad zuschlagen. Noch einer. Boah, ich bin fast tot. Renn zurück. Renn zurück, renn zurück, renn zurück. Ah, Hilfe. Nicht sterben, Dicke. Das war dann alles umsonst. Hä? Lauf weg, lauf weg. Lass den Pro Gamer dran. Okay, Luft ist rein. Hat irgendwer von euch ne Ballade? Boah, ich wollt wieder zuschlagen. Wir müssen schon immer den Leon reinhauen. Wo bist du? Hier. Ich bin Happy Banscher. Okay, Leute, ich find hier Sachen, die rumliegen. Das ist schon mal sehr nice. Bist du gehalten? Ja. Mini-Saints. Was sind Mini-Saints? Leers kannst du heilen, essen, äh, füllen, essen und trinken. Okay. Chips haben wir. Ich hab' ich gefunden. Ey, geh weg, sind meine Chips. Kannste wegschmeißen. Wieso? Kann ich essen? Wir verbrauchen immer trinken. Meine Chips. Ja, ja. Ja, Jungs, wir sind ein Team. Wir dürfen nicht hier alles wegklauen. Wenn einer Hunger hat, dann hat er halt Hunger. Dann lass ihn hungern. Alter, wie viele Zombies. Ja, Jungs, wer traut sich? Ich nicht. Ich will hier einen Zombie besuchen. Alter, wie viele Zombies. Wow! Du Elender! Ich geh' in das Haus und. Vielleicht ist da eine Waffe. Hinter mir chillt der. Oh yeah! Oh yeah! Ihr glaubt nicht, was ich grad gefunden hab. Was denn? Der AA-12. Klar. Nice one! Hilfe! Zombie! Wie lustig das ist. Das macht ja richtig Spaß. Komm, ich helf dir mein Freund. Nein! Und nicht uns schlagen. Auch nicht aus Spaß. Da verliert man Leben. Das ist scheiße. Eine Note. Zockt wer Minecraft. Nein, das ist jetzt falsch. Wir zocken kein Minecraft. Ein anderer auch nicht. Was? Jetzt. Wir zocken kein Minecraft. Ah, Tür ist zu. Da geht nicht. Okay. Tür kann man nicht öffnen, ne? Nee. Nee. Wieso hat das Haus so viele Türen? Lass uns weiter. Hier liegt noch. Tschüss. Tschüss. Schaut mal auf den Wohnwagen. Ist da was oder was? Meins! Ohne Scheiß, ich hab glaub ich grad einen Zombie gefunden, der unsterblich ist. Mega Stabby. Scheiße. Falsch. Ich bin in einem Raum drinnen. Eta. Fuck. So war einer schon im Wohnwagen? Hey Jungs, ist das ein Abo-Treff. Aber hier ist was. Ich hab was gefunden. Munition von irgendwas. Wir brauchen was zu trinken. Was für Munition hast du denn gefunden? Ähm. Saiga 10 Munition. Oh, aber halt die mal. Musikfaktor, der war ab bei mir. Ähm, nee, wir haben noch kein LOL gespielt, weil die Server überlastet sind. Die zocken jetzt an. So. So, wir wollen nach Norad oder Frosty direkt? So, das geht weiter. Ähm, jetzt geht's zur Norad Military Base. Okay. Wer geht voran? Ich. Gut. Wer ist ich? Ja, das ist immer die Frage. Der da springt. Der mit dem... Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott! Was ist das denn? Tobi! Ah! Warum fokussst du in die Milch? Ich hab's! Ey, nachts hätt ich gewöhnt. Also wenn es das nachts gewesen wäre. Nachts wär schlimm. Was bringt mir die XP, die ich bekomme? Es gibt heute das Skill-System, dann kannst du Fertigkeiten verbessern. Ja, das hab ich schon gesehen. So ein Skill-Tree. Ja. Ähm. Wo seid ihr jetzt gerade? Pity, mach dir mal bitte einen Server. Ich zahl auch dafür. Ja, mach du dir doch selber einen, du Ei. Wo? Emerald Peak. Wir laufen jetzt hoch nach Norad. Okay, dann komm ich euch entgegen, weil ich muss auf jeden Fall ins Safety Zone. Ich hab so viele gute Sachen einstecken jetzt. Ich hab keinen Bock die wieder zu verlieren. Also ich komm euch mal entgegen gesprintet jetzt. Skate will, dass ich einen Channel mache, äh, einen Server mache. Du hast doch nicht mal das Spiel. Was? Das ist geil. Ach, der meint Minecraft. Ja. Ja, nix da. Wird noch geschaut. Wir haben einen Server, aber da kommt niemand rauf. So. Wir sind egoistisch. Alle da? Hinten laufen noch ein paar. Die Schwästen sterben zuerst. Okay, dann geh ich nach hinten. Ich will auf keinen Zombie treten, ne? Voll das Zombie gemessen hier. Oh, ist das Taschenlampe aus? Taschenlampe aus, sonst kriegst n Handy. Was? Ja. So ist es wieder so ruhig. Ach du Scheiße, bitte fünf Zombies hinter mir. Genie, haltet durch. Wir kommen schon. Wir sind auf dem Weg. Wie viele Leute sind wir eigentlich? Eins, zwei, drei, vier, fünf? Da hinten ist noch einer. Da hinten ist noch einer. Da hinten ist noch einer. Da hinten sind noch zwei. Acht sind wir, okay. Genie, acht Leute kommen gleich. Wenn du acht Leute siehst, nicht in Panik geraten. Ach, dann nehm ich aber meine A12 raus und direkt. Bam, 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 bam. Das macht Spaß. Multikill. Ja, das ist dann Multikill. Boah, ich denk voll, die killt uns. Ja, das ist dann Multikill. Weil die so irgendwie Panik kriegt oder so. Alle tot. So ein Tier. Mit dem Katana hier, Alter. So Leute, ich hab wieder Durst. Ja, Weihnachtsmann. Dann hab ich schon was am Trinken. Ich auch. Schon wieder? Das bringt Painkiller mein Leben wieder zurück, gell? Ja. Was ist ne Flair? Ja, aber mehr als Bandagen, oder? Den Flair kannst du rauswerfen, da leuchtet das dann kurz. Aber das würde ich dir nicht empfehlen. Es sei denn, du möchtest, dass andere Leute dich sehen. Ich dachte, die kann man mitnehmen und rumhalten. Hat jemand ein Wasser oder so für mich? Das ist schon rot bei mir. Ich hab... Wo bist du? Irgendwo in der Menschenmenge. Hier. Ich steh hier. Warte. Krieg ich ein Wasser? Wie kann man was wegwerfen? Rechtsklick drauf. Drop it oder so. Rechtsklick. Drop. Dankeschön. Soda. Wo hab ich die Soda? Die steht dann. Hä? Hier steht auch noch Wasser und so. Ah, da hat jemand anderes noch. Ich hab glaub ich... No Free... Ach, f*** dich doch. Warte mal. Ich mach mal die Taschenlampe weg. Warte. So, ich nehm mal kurz das Wasser. Jungs, ihr müsst auf uns warten, gell? Jaja. Drink? Kommst du klein? Okay, haben wir noch eine Soda? Die nehm ich... Ne, die nehm ich einfach mal mit erstmal. Ja. Nimm mit. Wer will, kann die Taschenlampe aufsammeln. Ich brauch die nicht. Okay. Okay. Jetzt hab ich ja eine zweite. Okay. Zweite. Ich bin jetzt in der Nähe von der No Hard Military Base. Wollen wir uns da drüber treffen? Kann ich so zweihändig so Taschenlampe so? Ja, wir wollen uns da drüber treffen und nicht mittendrin sonst gibt's ja wieder so ein Gemetzel und vielleicht so... Da drin sind unzählig viele Zombies. Ich wär dafür, dass wir uns da drüber treffen. Hä? Boah, Alter, mein Finger tut schon wie vor dem Schiffsdruck. Komm nicht so sofort, da wird's langsam dunkel. Ja, egal. Dunkel ist echt, ist cool. Knikov noch im Spiel? Ja, der ist noch im Spiel, aber sagt nix, weil er wieder auf Mute ist und läuft hier irgendwo rum. Wir sind bei uns. Ne, geil, der läuft nicht. Keine Ahnung. Wo ist denn der? Ja, der ist auf jeden Fall noch im Server. Vielleicht macht der also ein eigenes Ding, weil er keinen Bock auf uns hat. Na, er knallt er uns alle ab. Rechts von dir. Rechts von mir. Immer rechts. Hier. Rechts ist gut. Komm da! Ich schlach doch hier. Geht lieber nicht. Essen und trinken achten, er ist ja voll doof. Ihr habt ja alle in der Waffe. Find ich unkür. Das ist, wenn du ein Camper bist, mit einer Sniper Tag und Nacht im Wald bist, da musst du ja unzählig was Essen und Trinken dabei haben. Dann stirbst du ja. Aber mit jedem Kill findest du ja was. Eigentlich. Ja, wenn du einen Typen killst, meinst du? Ja, die schleppen ja meistens was mit rum. Ja, aber kommt drauf an, wie weit die sechs sind, wenn du schon so eine Sniper hast. Was dann? Kannst ja weit zielen. Dann musst du da hinlaufen. Wie lange liegt das gedroppede da? 10 Minuten glaube ich oder 15 Minuten. 10 Minuten bei Minecraft glaube ich. Genau EU Server 233 sind wir. Sollte noch Platz sein. Ja. Es wird aber langsam dunkel oder kommt mir das nur so vor? Hm, es wird langsam dunkel. Wir orientieren uns am Sternenhimmel. Über den Polarstern hinter einer. Das war kein Scherz. Alle da? Sollten alle da sein? Sind ein paar langsamer unterwegs? Ja, die wissen ja eh, wo wir sind. Ach, ja. Zumindest wo wir hingehen. Genau, die wissen ja eh, wo wir hingehen wollen. Was war das? Ein Schuss? Schuss? Nee, hat jemand in den Boden gehauen. Mit dem Hammer. Fickt euch, Alter. Dann gibts diese schönen Sounds. Was, wenn man auf Brust? Ja. Wie so ein schallgedämpfter Schuss. Geht nicht. Oh. Jetzt hauen sie alle in den Boden. Das hat schon angehört wie ein Schuss, Mann. Ich wollte direkt einen auf den hier machen. Achtung. Ja. Das müssen wir nachher alle machen und dann denken die, da kommen tausende... Laufen wir richtig? Weil ich guck grad nicht auf die Karte. Ja, ja, wir laufen richtig. Ja. Wo seid ihr denn jetzt gerade? Ähm. Auf dem EU Server? Kurz vor Norrid. Noch zwei, drei Minuten. Ja, dann haben wir die Hälfte geschafft. Nicht so schnell da vorne. Stimmt. Sprinte immer bis zur EF, dann lass ich wieder aufladen. Seht uff damit, Leute. Wollen wir hier noch jemanden? Ja, mit diesen blöden Geräuschen. Also wenn wir einen Spieler hier finden, wenn es kein Abonnent ist, dann knallen wir ihn ab. Okay, ich knall die mit ner Flaschen. Sind hier auch so Wölfe oder so? Nee. Ich hab grad wer einen gehört. Ja, ich hab auch irgendwas gehört grad. Schon wieder? Ja, manchmal hört man Geheul. Wie sollt's das noch hin? Boah, durch die Bäume. Burschkinder. So, wir waren acht Leute. Ich hoffe, dass wir am Ziel auch noch wieder acht sind. Genie, hältst du durch? Wenn du jetzt störst, bring ich dich um, gell? Naja, nee, nee. Naja, nee, nee. Ich bin noch am Leben. Gut, bleib schön da. Du bist... Acht Leute wollen dich da rausholen. Ne, ich bin ja in der Nähe von Norrad Military Base jetzt. Okay. Ich bin gleich da. Okay, lass. Da sind wir auch klar. Du bist ja ein Profi, du störst ja nicht direkt. Du musst bloß so viel Zeug zurücklassen, indem bloß die Pines... Vielleicht können wir da nochmal hingehen, alle zusammen oder so. Ach. Ja, ich wär dann wahrscheinlich... Ja, wohl jetzt immer in einer großen Gruppe. Weiß nicht. Ich geh erstmal mein Zeug sichern, aber... Das doof ist halt, ich hab nur so einen scheiß Small Rucksack. Das bin ich nicht gewohnt. Ich hab nur jetzt immer den Large oder den Military Rucksack, aber... Krieg ich da ein bisschen mehr rein, als hier in dem Small. So, der Weihnachtszeit noch zu flinken. Habt ihr was? Ich hab nur ne Soda, aber die brauch ich selber gleich. Ich hab noch... Äh... Juice... Ich hab noch... Eine... Eine... Eine Schokolade... Eine Schokolade, oder? Ach. Ja, komm, herr Weihnachtsmann. Und Chips. So, bei mir ist alles okay. Alles im weißen Bereich. Die Grafik auf Ultra gestellt. Manche sagen ja, ich soll das runterschrauben. Deswegen... Wer sagt das? Naja, die... Die... Details runterschrauben, weil man sonst so viel Vegetation hat und die meisten haben es aus und sehen einfach alles dadurch. Achso. Auf Distanz hast du dann keine Wiese. Okay. Ich achte so... Ich bin so eine Grafikkore. Mir gefällt es damit. Hab ich halt geschissen, wenn die mich dann heute schon sehen. Ich lass das einfach Ultra. Vor allen Dingen, wenn du... Ja. Vor allen Dingen, wenn du... ins Gras legst und denkst, du bist unsichtbar. Und manche haben diese Details halt aus, die sehen dich sofort. Mhm. Das stimmt. Das ist das Problem. Das ist ja voll unfair. Ja. Ja. Ja, das ist ja wirklich so. Wenn du auf Low oder auf Medium spielst, siehst du alles. Das siehst du überall durch. Ja, das ist richtig scheiße. Das ist halt nie... Bestimmt noch... Wenn du halt auf Hoch oder auf Ultra spielst, das ist... Es sollten so Server geben, wo nur auf Ultra gestellt ist oder nur auf Low gestellt ist oder so, weißt du? Das alle gleichberechtigt sind. Ja. Das ist ja nice. So, ich bin jetzt... Ja, ich war jetzt hier oben auf den Berg. Auf euch. Wir sind auch gleich da. Jo, wir sind uns auch schon auf der linken Seite. Ich bin hinter Emerald Peak, also ich seh den ja. Was? Hinter Emerald? Ne, über Military haben wir... treffen wir uns. Äh, Norrod Military Base, meine ich doch. Ich dachte, du bist wieder zurückgelaufen. Da ist so ein Stacheldraht. Stacheldraht und so Gedills. Also so ein Stacheldrahtzaun ist da ringsrum. Mhm. Wir schauen, ob wir später noch Leute spielen. Kann man da auch Schaden dran kriegen? Kann Stacheldrahtzaun, wenn man da ran läuft? Nö, da kannst du rüberspringen. Weiße. Gut. Ich bin noch unerfahren. Ich spiel seit vorhin. Vorhin extra gekauft. Zumindest heute Morgen. Dann ging's nicht. 4x9s dagegen. Ich hab's einmal runtergeladen, direkt gezockt. Und direkt gestorben. Da war so ein Typ an der Gasmaske, der mich getötet hat. Zwei Schüsse hab ich gebraucht, dann war ich down. Puh. Stellt euch mal vor, ich hätte so 250 Euro ausgegeben oder so, hätte er schon ne dicke Wumme startet und direkt Headshot tot. Der mit der Pistol hat mich auch mit One-Shot getötet. Ja stimmt. Ihr hättet auf deinen Kopf gezielt. Wollte ich grad sagen, wenn die Kopfschuss machen, dann bist sie direkt tot, das stimmt. Weil wir die ganze Zeit uns nie bewegt haben. Erst noch was? Neck. Ein Glas raus holen. Gucken ob da was abgeht. So ein kleiner Camper oder so. Wenn ja, dann wär ich jetzt tot, weil ich bin schon drinnen in dem Military Base. Aber mich wundert, dass hier kein einziger Zombie ist. Normalerweise ist ja alles voll, voll Zombies. Was? Vielleicht war da jemand. Kein einziger Zombie. Nix. Gar nix. Doch, ein Zombie läuft da hinten. Dich hat schon jemand aufgeräumt. Ja. So, essen und trinken. Sind wir da auch noch im weißen Bereich? Hm? Ich hab noch keinen Hunger oder... Okay, da ist was. Warte mal, was ist denn das? So, wir sind jetzt oben auf dem Berg hinter Norad. So, da ist... Ist da ne... Das ist ein Zombie, glaub ich, oder ist das ein... Jungs, guck mal, hol mal mal ein Fernglas raus da unten. Ist das ein Spieler oder ein Zombie? Ein Spieler, oder? Das ist ein Zombie. Der hat nen Rucksack an. Was? Wenn... Hier auf der Straße steh ich, ja? Ich weiß nicht. Ach so, du bist auf der anderen Seite da. Ne, das sind Zombies. Die laufen schon so wild kribbelt. Hier sind zwei Zombies und drei. Siehst du den... Siehst du den großen runden Turm? Ja. Ist der neben dir oder ist der auf der anderen Seite? Meinst du mit der runden... Wie viele Zombies auf der Wiese sind? Der ist genau vor mir. Alter, ich weiß nicht, von wo aus ihr schaut. Ja, auch von... Wahrscheinlich von da. Von ner anderen Seite. Ach so, du bist... Okay, ja dann. Kommt mit, kommt mit. Da sind voll viele. Hier unten. Woher? In den Häusern sind voll... Ach du Scheiße. Wie sich das anhört, wenn wir auf den Berg rumlaufen. Voll... Gar nicht gut. Voll realistisch. Ja. Wollen wir da mal runter springen? Ey, das sind Zombies, man. Ne, ne. Dann stimmen. Aber nicht sprinten, oder? Die hören uns doch. Ja, egal. Als geht's gerade in den ersten Container hier rein, also... So wie drinnen kommt schon mal raus. In den Hangar? Ja, in den Hangar. What the fuck? Ist nen Zombie aufgespießt auf dem Starreldraht? Jo. Boah. Hier war ich vorhin auch schon. In ne... Hier haben wir uns getroffen, da vorhin... Ja stimmt, hier haben wir uns vorhin getroffen. Boah, ne Predator... Ne Predator Drohne ist hier drinnen. Geil. Hier war das, wo der Kollege uns getötet hat, ja. Genau. Ist er immer noch hier? Wir müssen irgendwie den Berg runter. Ihr müsst aufpassen, dass ihr keinen Schaden nehmt. Hier ist n Haufen Predator-Raketen Drohnen drinnen. Das ist blöd, wenn es so buggy ist. Ne, du nimmst keinen Schaden. Gut. Vorhin habe ich Schaden genommen. Okay, Leute, wir müssen aufpassen auf Zombies und so, ne? Jo. Wer läuft denn da ganz vorne? Pup. Oha. Es wird Nacht. Bitte lass mich nicht alleine. Wir Zombies auf ihn. Oh, wie viele Zombies da sind. Einer kommt zu uns, ich nehm den Hammer. Immer zusammenbleiben. Ich nehm den. Und nicht alle auf einmal draufschlagen, sonst treffen wir uns selber. Es kommt nämlich nicht nur einer. Da hinten läuft nur ein Spieler rum, der meint alleine gegen fünf zu kämpfen oder mehr. Ja, und ich bin fast tot. Einschlaf noch. In den Bandagen. Wo bist du, wo bist du? Ich bin hier. Bring mal. Nicht sterben. Ihr. Ah, okay, hier. Ah, ich seh euch. Ja? Siehst du die Armee? Jo. Ja. Acht neun Leute oder so. Keine Ahnung, wie viele es sind. Ah. Ich bin hier, wo der Hubschrauber ist. Müsst du gehen, ne? Schaut mal. Ja. Hälfte. Kannst du jemanden anderen heilen? Ja, ja. Du musst nur auf die Painkiller oder auf die Bandagen gehen und dann kannst du ihn heilen. Mit E. Okay. Mädels, schaut mal hier. Ich geh. Aaaaah. Headshot. Okay, Leute. Der haut noch weiter drauf. Hier, ich bin hier oben, wo der Hubschrauber ist. Genau. Ah, okay. Gerade hin. Ja. Das war da, wo... Wer ist denn da, wo die Kuppe ist? Die runde Kuppe? Ist es einer von euch? Oh. Bestimmt. Da ist einer, da ist einer auf dem Turm hier vorne. Mit nem... Da ist einer mit der Sichel. Also mit so nem... Mit so nem Sichelgedöns. Hat er ne Mütze auch? Er hat Poop in the Face ist doch. Ja, ja. Hab glaub ich die Mumu fast getötet gerade. Sorry. Poop in the Face gehört zu uns, oder? Ja. Ja, aber das ist ja schon da oben gewesen. WTF? Wie schnell? Kleiner Hacker unter uns. Hier, Leute. Hier sind ganz viel, ganz viel Bandagen und so'n Zeug. Oh, ich bin. Aber ich hab keinen Platz im Inventar. Ich kam. Wo bist du, ist die Frage. Da oben drauf. Wo wir vorhin drauf waren. Echt? Ja, wo... Ey, Leute. Tun wir uns hier grade alle aufteilen, oder was? Nicht das... Ja, Leute. Rent mal zusammen wieder zusammen. Ich scher hier auch ganz viele Zombies. Die chillen da oben. Fünf Stück. Ich geh jetzt grad in so'n Gebäude rein. Ich will was finden, natürlich. Aber wenn doch hier schon ein Spieler war und alles geplögt hat. Oh Gott. Dann ist hier doch nicht mehr. Da sind so viele Zombies. Gehört? Jaaaa. Zombies fälschen. So Tabletten. Penkinos. Hilfe. Komm mal zu mir da ran. Komm zurück. Okay. Okay, ich hab's denn. Scheiße. Warte, warte, warte. Wo seid ihr denn jetzt alle? Oh fuck. Ich bin in so'n Gebäude drin. Das sind aber Zombies, deswegen geh ich da wieder raus. Hilfe. Jetzt bin ich alleine. Ey, Leute. Lass mal wieder alles zu sein. Wer schießt da? Hörste? Ich bin da. Oh, er schreck mich nicht. Ist gut. Nicht gut. Ja, guck mal wie viele Zombies das sind. What the fuck, Alter. Lass mal alle hingehen. Lass mal alle hingehen, Leute. Genie retten. Ein Genie rettet mich. Achso. Wie die Zombies wegfliegen, ey. Fürs Teile. Ja, das ist ja auch nicht Rotkinder. Ja. Boah, guck wie viele Zombies hier rumliegen. What the fuck. Keiner hat Geld gedroppt, die Schweine. Alter. Die waren alle armen. Alle armen. Ja, guck mal wie viele Zombies das waren. Ja, so viele Zombies. Du hast, ey, mit so Nägeldinger. In hinten sind wieder Zombies. Zwei Stück. So, wo kann man denn hier was finden? Ne, da sind noch mehr. Toll. Ich hab 20 Schuss, jetzt hab ich nur noch zwei. Scheiße. Oh, kack. In den Hangers. Komm mal mit. Hat ihr von euch noch einen größeren Rucksack? Ja. Ich hab ein Mini. Nein. Ey. Sof. Wie gesagt, die Waffe hebe ich auf für Spieler. Oh, jetzt wollte ich grad schießen, Alter. Seid ihr froh, das ist nicht geschaffen. Wie gesagt, ich bin ein bisschen hinten, dass ich nicht verrecke. Oh Gott, da kommen schon wieder viele. Oh, da ist jemand gestorben. Holy shit. Da ist jemand gestorben. Einer von uns. Durch die ganzen Zombies. Rennen. What the fuck. Ich will deinen Loot. Ich will den Rucksack. Wo ist denn der gestorben? Soll ich dir die abnehmen? Nein, nein, nein. Ich kann nicht mehr sprinten. Ich bin tot. Nein, oder? Ich konnte nicht mehr. Oh, noch jemand tot. Nein. Ich bin auch gleich tot. Oh, die Schick, Alter. Es sind so viele. Oh. Alter. Alter Schwede. Oh mein Gott, wie viele da kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin hier gestorben. Ich bin hier gestorben. Ich bin hier gestorben. Mumu. Chini, bist du weg? Chini? Ja? Tot? Nein. Ach gut. Wer ist tot? Leon? Ja. Vielleicht hab ich ja Glück und spawnen bei euch. Vorsicht, Zombie. In der Nähe. In der Nähe. Delete. Alter ey, das waren aber auch Massen grad gewesen, ne? Holy shit. Oh, ich hab grad die Christmas-Mütze auf, okay. Jetzt sind alle tot, macht aus. Es sind nicht alle tot, Leute. Great New Survivor. Leute, geht heute eh nicht. Wie lange leuchtet dieses Flay-Ding? 10 Minuten vielleicht. Und ich kann bis zum Ende bleiben. Ich hab Ferien. Das ist keineswegs langweilig. Das solltest du vielleicht mal selber spielen. Ähm. Ähm. Wer ist jetzt gestorben hier vorne an dem Panzer? Ja, oder vielleicht? Poop in the face war das doch, oder? Okay. Na, am Panzer bin ich nicht gestorben. Ich war weiter hinten. Ich hatte auch nicht so viel Stuff dabei. Also. Ja, Poop, genau. Okay. Der hier vorne ist nämlich am Panzer direkt, ey. Also der mit der, mit der komischen hier Mütze. Sander-Lil-Helper-Mütze da. Hm. Die hab ich aufgesammelt. Und die Kruger, die kann er dann nachher wieder haben, wenn er möchte. Oh, die hatchet und das Katana auch, wenn er will. Und viele Taschenlampen da. Ey, das waren so viele Zombies. Holy shit, ey. Soll ich mit so vielen Taschenlampen? Wo bin ich gespawnt? Oh, ist jemand noch Bandagen oder sowas? Ja, ich bin ganz unten gespawnt bei... Ähm, ich hab Medi-Klid. Voll stale bin ich gespawnt. Hier ist Medi-Klid. Genie. Oh Gott, nein. Genie, guckst du? Ja, ja, warte, warte. Komm schon. Danke. Ich bin genau ganz unten gespawnt bei Voll stale. Oh, ja, jetzt bin ich wieder voll. Sehr schön. Was? Painkillers machen mein Leben wieder weg, äh. Toll. Ja. Painkillers machen dein Leben weg. Also Antibiotika, Painkiller, Bandagen, die machen alle dein Leben voll. Okay. Antibiotika machen am meisten. Medi-Kid halt ich halt immer komplett. Hier, ihr habt hier meine Mütze, wenn ihr wollt. Ja, lass die mal lieber da. Bisschen albern, man sieht mich dann voll weit in. Ja. Und mit deinem roten Hemd auch. Ja, gut. Ich wollte auch so cool aussehen wie du, aber... So, was geiles hatte ich nicht. Ich mach mir nochmal einen rein. Wie kriegt man denn so einen Skin wie du? Ähm, na, ich hab das schon seit Oktober, das Spiel. Okay. Und da haben wir als Entschuldigung neue Charaktere bekommen, oder Zugriff auf neue Charaktere. Aber man kann die sich auch mit Echtgeld kaufen. Okay. Ach, alles klar, okay, deswegen. Ich hab mich schon gewundert, warum ich so viele Charaktere habe. Oh, schlimm. Leute, Zombies! Echt? Hat man die auch für immer? Die hat man für immer, ja, ja. Okay. Ja. Aber alle, die sozusagen das Spiel in einem gewissen Zeitraum oder von einem gewissen Zeitraum gekauft haben, ähm, ja, die haben das halt bekommen. Ja. Okay. Ich will auch so einen Typen. Ja, ich will auch so einen Typen. Ja, ich will auch so diesen Soldatentypen, den ich auch haben. Jo, genau, den hab ich auch bei mir. Wie teuer ist denn ein Skin? Was drin ist ein Skin? Das ist das. Das ist ein Skin. Das ist ein Skin. die sich erstreiten so als ich will zwar nicht sagen aber ich gehe jetzt direkt wieder hoch in safety zone und sicher mein ganzes zeug und ich bin gleich tot ja leute nächstes ziel was machen wir jetzt so sehr die zonen nicht schon wieder zurück zur safety zone das können wir nicht machen ja ich habe insgesamt 1 2 3 4 5 waffen einstecken also darunter habe ich auch messer gezählt meine a12 ist zwar ist zwar alle aber die würde ich wenigstens sichern wenn ich wieder mir munitions kaufe wer sind das weib hier meine freundin keine ahnung ich habe die ganze zeit keine frau gehört dass ich mich schon gewundert und auch das bin ich so ich bin wieder da und was machen wir vor mir stehen was ich von dir aufgesammelt gesammelt habe war die kruger und das santa lilhelper irgendwas ohne flashlight ich brauche das war alles von mir noch gewesen ich bin neuer fahrer abwärts die karte wollte die jetzt noch mal hin als ich geht zu safety zone wer nicht alleine in schulern mit zusammengehen die die folge ich denn ich bin ja ja jeder bühne im vollmund sie ist mein ich also dass du die taschenlampe anmachen habe ich gelernt ne mhm auf jeden fall ok Okay Leute, dann erzählt mal, den folge ich, wo geht's lang? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich bin da auf, fast 15 Minuten bin ich da. Ja, wollen wir jetzt nochmal schnell zurück zur Safe, sondern uns wieder sammeln oder? Ja, ja, würde ich natürlich auch wieder. Kann ich auch mal meine Waffen, die ich gefunden habe, zurücksetzen. Ich zieh dich ab. Wenn jemand hinguckt, töte ich dich und sagt, das war ein Sniper. Könnt ihr zur mittleren Safe schauen? Ja, nicht wirklich. Also ganz ehrlich, mit dem ganzen Zeug, was ich einstecken habe, nicht wirklich. Da renne ich nicht nur durch drei Städte. Tut mir leid, Maurice. Aber ich gehe hoch, das ist mir sicherer. Da kann ich am Rand der Karte langlaufen. Alter, ich störe auf. Achtung, rechts, rechts, hier. Zu mir, rechts. Danke. Ihr habt doch Zeit, ne? Ich bin gleich da. Jungs, ich hab Durst. Trink was. Ja, dann trink was. Habt ihr was? Ich hab nichts mehr. Ich hab noch was. Wenn ich zur Safety Zone gehe, mich ausloggen, wieder einloggen, hab ich dann wieder volles Hunger und so? Nee. Du hast genau dasselbe wie vorher, bevor du dich ausgelockt hast. Das ist ja doof. Hier liegt's aber. Das wär ja voll Cheaten. Einmal her denn, das ist wie zu einem Spiel in der Hause gehen. Dich ausruhen und dann geht's weiter. Aber, wenn du dich ausgeruht hast, hast du... Ich brauch auf jeden Fall einen großen Rucksack, ohne Scheiß. Zombie, Leute, ich seh nix. Zombie, macht mal jemand ne Technoppe an, wenn sowas passiert. Sehr schön. Nichts, nein, ich seh nix. Ja, nicht mich brennen, Leute. Ich seh die Safety Zone von da aus, wo ich bin. Ich bin auf einem riesen Werk. Oh, mach die aus. Du musst ausmachen. Der Kind, was bringt das? Nee, ich hab jetzt halt gemeint, die anzumachen, wenn das Zombies sind, sonst wissen wir ja nicht, wo wir hinschlagen und so. Ja, dann mach einfach deinen Gamma hoch. Ach nee, das sieht scheiße aus. Ich bin grad einen Berg runtergefallen. Ich bin nicht vorne laufen, ich bin hinter Mumu. Oder hinter... Du läufst doch nicht vorne. So, hinter euch bin ich jetzt. Wieso sind wir jetzt noch zu viert? Ich laufe ganz, ganz vorne. Ich bin hinter euch beiden, dann kann mir nichts passieren. Ihr habt einen blauen Rucksack, ist der größer als ich oder meiner, oder was? Medium. Passt ein bisschen mehr rein. Achtung, hier vorne sind Zombies. So, was hab ich denn so alles... Was heißt denn ein bisschen mehr? 2, 4 Zombies müssten da sein. Oh Gott, bei mir ist alles dunkel. Ihr könnt fünf Minuten warten, ne? Ganz viele Zombies. Alles Follow-Zombies. Wow, jetzt laufe ich in genauer falsche Richtung. What? Oh. Schaut auf, da kommen noch mehr. Dahinten sind 4, 5 Leute. Äh, 4, 5 Zombies. Hinter. Ich hol mir erstmal den ganz links. Oh, den wollte ich mitrollen. Habt ihr Gamma hochgeschraubt? Neh, ich mit dem Mittel so. Hier, äh, wo mach ich das? Option? Jetzt hab ich auch ein bisschen... Mission Brightness. Brightness hochschrauben. Aber nicht ganz, würde ich sagen. Sonst siehst du echt nichts mehr. Hab ich vorhin gemacht. Boah, das ist ja voll grau, ey. Ja. Ja, aber du siehst besser. Okay, so lass ich. Ich kaufe einfach ein Nachtsichtgerät das nächste Mal. Ja, die sind aber teuer. Okay. Aber so sieht man auf jeden Fall besser als vorher. Ja. Und dann leuchte ich dir in dein Gesicht. Und wie sieht's tagsüber dann aus? Auch so gräulich, oder was? Oder normal? Ne. Also das kann ich so lassen, wie ich's jetzt hab, ja? Ja, du kannst ja mal testen, wie das bei dir aussieht. Ich hab keine Ahnung, wie das bei Ultrasieht. Achtung, hinter dir ist einer, noch hinter dir. Danke. Das hab ich jetzt nur gesehen, weil ich mein Gamma hochgeschraubt hab. Oh, jetzt kommen sie von überall. Ja, pass auf, wir sind zwei. Nimm dir. Alter, stirb der mal. Ich hab die ganze Zeit auf den Kopf eingeschlagen. Hallo? Ich lüge den Fitbull die XP ab. Naja, ich hab das schon gemerkt. Für was sind die die XP? Na, mit XP kannst du später Verbesserungen holen. Also kaufen. Das wurde schon magesagt. Hör auf, andere Leute zu schlagen. Mumu, hör auf damit. Das ist kein Zombie. Jetzt mal ohne Scheiß, ja. Ich seh gar nix mehr, irgendwie. Ist es mal dunkler? Wo seid ihr? Ihr seid noch in der Safe Zone, ne? Ach, da bist du. Ich bin nämlich gleich da. Lass mal wieder sammeln. In der Safe Zone seid ihr denn? Ich seh nix mehr. Oh, Mikki ist wieder da. In der Blue Ride Settlement sind die. Mikki, ich hab ne fette M16 gefunden. Ach, den gefunden, vor allem. Du hast es mitbekommen. Ihr seid ihr, lol. Ihr habt im Stream nicht geguckt, es war mir klar, dass du es nicht gefunden würdest. Okay, aber gefunden hab ich. Ihr habt's gefunden in einem anderen Rucksack. Wir müssen nur geradeaus bis zum Bergabhang. Und links am Berg lang. Jetzt mal ohne Scheiß, ja. Ich weiß nicht, dass wir grad was Warzett mit meinem PC gemacht hat, aber die ganze Zeit hab ich super gesehen. Jetzt seh ich nur noch Schwarz und nur noch euch so. Ja. Ganz wenig nur. Ich seh voll viel. Ich hab jetzt auch die Brightness Rook gemacht, jetzt seh ich gut. Also wie gesagt, wir müssen hier nur geradeaus bis Emirate Peak. Da ist ein Abhang, da müssen wir runter und dann links am Berg lang. Ich hab mir mal einen besseren Rucksack. Hast du einen? Wo hast du einen besseren Rucksack? Wo man ihn findet. Achso, ich hab bestanden, ich hol mir da mal einen besseren Rucksack. Ja, überall. Ja, ich finde aber, ich renne ganz im Baseballschläger rum und töte die ganzen Zombies. Naja, das reicht doch. Irgendwo ist da schon ein Rucksack. Ja, und ne Bum-Bum-Knarre haben. Ich hab ne M16 mit einem Schuss. Ich bin fast bei euch. Also die Waffe speicher ich mir, gell? Taschenlampe aus, sonst kriegst du einen mit dem Hammer rübergezwitschert. Mach mal. Ich bin auf dem Weg zu euch. Es dauert nicht mehr lang. Ich bin kurz auf die Karte. Oh, es dauert nicht mehr lang wirklich verarschen. Es war bestimmt noch 20 Minuten, da hinzulaufen. Bisschen weiter rechts, bisschen weiter rechts halten. Wo seid denn ihr? Wo geht denn ihr hin? Nach Richtung Blue Riddle Ridge Settlement irgendwas. Die nördliche Seinfektion. Echt? Von wem geht's? Seid ihr da noch nicht? Ich bin nämlich gleich da. Nee, wir sind da noch nicht. Wenn ich jetzt lieben würde, dann könnte ich nichts in mein Global Ding tun, gell? Richtig. Okay, hab's gedacht. Gleich fragt er bestimmt noch mal. Früher als in der Alpha konnte man das machen. Da konnte man immer, ja, egal wo man ist, in seinen Global Inventory zugreifen. Ja, Leute, ihr im Livestream seht weniger als ich, das ist ja klar. Auch wenn ich jetzt für YouTube recorden will, würdet ihr weniger sehen. Aber ich seh halt gut. Ich kann keine Taschenlampe anmachen, ich will nicht sterben. Ist halt so bei Nacht. Ich versuch das halt öfter bei Taten zu recorden oder so. So ist es halt. Nacht ist es dunkel. Ja, nacht an sich. Ah, wieso gibt's keine Straßenlatt hin? Weißt du, was geil wäre, wenn die in Selfie-Zone Dinge wären? Äh, trinken, essen und so, weißt du? Das wäre cool. Versorgung? Ja. Äh, laufen ein bisschen rechts. Hier ist ein Häuschen mit Zombies. Munition muss jetzt nicht unbedingt sein. Und noch ein fettes MG. Aber essen, trinken wäre auf jeden Fall richtig nass. Okay, ein Zombie hat uns gehört, der rennt los. Nee, der rennt nicht los, aber der hat uns beharrt. Nee, nee. Irgendwo ich jetzt spawne. Ich warte dann auf euch da, ne? Oh, jetzt kommt er. Glaube ich schneller als ihr. Ja, ich seh nichts außer schwarzem Bildschirm hinter euch. Einer kommt, einer kommt. Was, wie ich einfach mal nix mehr sehe hier. Du hast noch da oben auf dem Berg. Wer ist da oben? Irgendwer kommt gerade runter. So, ich bin in der Scystown. Ah, okay. Nicht, dass gleich hier so ein Scream kommt, dass alle absticht oder so. Irgendjemand läuft da ganz links. Mumu? Ja, Mumu. Mumu will sterben. Ich folg dem mit dem roten Clan-Tag einfach mal hier. Es leuchtet wenigstens immer so schön. Und wo kommt denn ihr? JJ. Ja, kann sein. Weil ich seh echt nix mehr. Es soll mal wieder Tag werden hier. So, hier kommt irgendwo ein Zombie an. Zombie wieder von der linken Seite. Ja, er hat eine Rauchgranate geschmissen. Ja, ich seh nix. Ja, auch Granate, nee. Weil hier voll viel Rauch ist in der Scystown. Mölde, ich hab Angst. Ich seh nix. Ich seh nix. Warum hab ich denn jetzt gesprochen? Ihr kommt von Military Base, ne? Wartet, ich weiß, wo er ist. Aber ich seh ihn jetzt auch. Ja, auch. Ich hab ihn. Okay. Doch, wo seid ihr? Welcher ist in der Scystown? Seid ihr? Noch nie, doch gar keine. Das würde ich nicht schreien. Blue Ridge Settlement, da wollt ihr hin, ne? Ja. Da ist noch einer, ne? Warte, warte, warte. Ich bin schon da. Da ist noch mehr als... Da kommt noch einer. Noch einer von rechts. Hinter euch. Hab ihn. Okay. So, und jetzt? Lauft. Jo. Oh, ich muss noch schnell zur Pistole wechseln. Ich seh auch nichts. Ich lauf einfach nur. Hey, ohne Scheiß. Das ist noch nie so gewesen, so dunkel. Aber bei mir ist es voll hell. Vor allem, ich hab mein Gamma hier hochgeschraubt. Jetzt ist es wieder so dunkel geworden. Ja, mein ich ja. Das ist so. Ich seh gar nix, ja. Außer manchmal so die hellen Flecken. Ich seh fast alles. Du hast bestimmt Gamma auf komplett gemacht. Ich warte dann auf euch, ne? Ja, Leute, jetzt rastet nicht so aus, weil ich seh genauso wenig. Ich kann da nichts ändern. Ja, ne, ja. Es wird ja bald wieder ein Tag. So in circa einer Stunde. Wie viel Uhr ist es denn jetzt? Okay. Wir haben es ja jetzt. 22 Uhr. Ne, noch sechs Stunden. 21 Uhr. Noch vier, ne, fünf, sechs innen geben Stunden. Und dann haben wir es überstanden. Ja, fünf Uhr wird es wieder her. Ich hab Durst, ich hab Durst, ich hab Durst. Es ist schon rot, Leute. Keiner trinken dabei von euch, oder was? Achso, na komm her, komm her, wo bist du? Ich hab was. Ich hab ein Schussgeld. Wer war das? Ich weiß nicht. Ich hab den nicht gehört. Seid ihr noch so weit weg? Ich hab den aber auch gehört. Ich hab ihn auch gehört. Oh mein Gott. Ich bin nämlich schon in der 12 und seid ihr wirklich so weit weg? Wir sind weit weg, ja. Okay, wir haben was zu trinken. Ja, ich weiß ja nicht wo. Ach ja, du bist genau bei mir. Warte, warte, warte. Ich hab richtig Durst. Warte hier. Ähm, lol. Okay, ich hab kein Trinken. Kein Trinken? Ich hatte Trinken gehabt. Ich hab noch vier Cans of Soda. Fuck. Kommt hier auf den Hügel. Wo bist du denn? Welcher Hügel bist du? Oh, wo ist denn jetzt der hin mit dem roten Klaren Peck hier? Ich seh nur noch schwarz. Ich seh gar nichts. Ich guck grad mal, ob ich euch seh. Seid ihr weitergelaufen? Ah, hier. Wir sind unter dem Berg. Oh nee, das geht auch noch. Ja. Ja. Ich bitte wohl, komm den Berg hier hoch. Welchen Berg denn? Ja, guck. Ach, da oben. Jo. Ja, ohne Scheiß, ich hab so Schiss, weil wirklich jemand geschossen hat. Ja, aber vielleicht einer von uns. Wer braucht jetzt Trinken? Ich brauch Trinken, ist schon richtig rot. Ja. Die Soda mit vier. Okay, nice. Es ist immer noch rot, aber... Ah, noch einen. Das ist einer von uns, Leute. Sicher? Ja. Das war grad so nah, das kann kein anderer sein. Das ist einer von uns. Cool, mein Essen geht auch hoch, wenn ich trinke. Ja, und wer soll das gewesen sein? The Can of Soda und Juice. Keine Ahnung. Weil ich mein, hier vorne, der hat nur einen Hammer in der Hand, du warst nicht. Ja, der hat schnell geswitcht auf der einen, aber ich kann das so schnell switchen. Mach mal kurz die Karte auf, ich will wissen, wo ihr seid. Ja, hier bin ich, guck. Wir sind kurz vor Emerald Peak. Das dauert noch ein bisschen. It's the words, it's the words. Oh, okay. Lass das sein. Sonst kriegst du auch wieder nach meinen Reingehund. Und warum meldet der mich jetzt nicht an im Chat? Kommt heute auch noch LOL, Leute. Wollten wir auf jeden Fall machen, aber die Server sind so überlastet, dass wir hier zwei Stunden in der Warteschlange sind. Bist du schon in-game in LOL? Ich? Hitbull? Nein, ich bin nicht mehr in der Warteschlange, ich hab da nicht weitergemacht. Achso, ne, weil sonst hättest du ja die Warteschlange warten lassen können. Ja, das hast du ja eben auch gesagt, das wäre auch scheiße, weil die Zuschauer da nicht reinkommen können, weil die dann vielleicht jetzt erst joinen und sowas. Ja, aber ich meine, dann könnte man ja schon mal eine Runde spielen und bis dahin sind die dann hoffentlich auch eingeloggt, weil eine Runde dauert ja meistens 40 Minuten, mindestens. Ich wäre dafür, dass wir es einfach verschieben. Oder so, ja. Vielleicht geht's ja noch. Wo seid ihr? Vielleicht hast du Bock, wieder nächsten Sonntag dabei zu sein. Wartet, wartet. Da hab ich immer noch Serien. Weiterhin. Ich mach das jeden Sonntag, jetzt ein bisschen mit Abonnenten zocken. Jetzt bin ich nur 30 Minuten in der Warteschlange. Ja, ich bin online. Ich hab mich vor uns eingeloggt und bin direkt online geblieben. Okay. Besser ist das. Wo ist es Maurice? Maurice zockt jetzt hier noch mit? Das ist cool. Jo. Hier, kommst du oben zu der Safety Zone, Maurice. Dann kann ich dir gleich dein Zeug geben, was ich eingesammelt hatte. Zumindest ist das, was ich hatte. Okay, passt. So, der spielt mit. Ich dachte, der wäre tot. Er hat einen neuen Champs gemacht, oder was? So, wir sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Wir waren 8. Nach meinen Berechnungen sind 3 gestorben. Gut im Berechnung. Das stimmt sogar. Geil. Ich bin aber auch wieder da, also bald, wenn ihr da seid und so. So, guck auf die Karte. Wo sind wir? Okay, dauert noch ein bisschen. Und ich bin nochmal kurz, Acker. Seid da mal in der Safety Zone, ich komm auch. Bis gleich. Wo läuft ihr lang? JJ ist ja auch noch hier. So ein bisschen weiter rechts. Wir können nicht direkt den Berg und rutschen wir runter in den Sintol. So, bei Far Cry hätte ich jetzt so einen Gleiter gehabt. Ja, ich hab hier einen Rucksack an. Da denke ich immer, wenn ich Lehtaste drücke, hab ich einen Falsch. Dann wäre ich in jedem Spiel. Maurice, ich muss dann bloß mal schnell in mein Global gehen, um mein Zeug wegzutun, damit ich dir deinen Rucksack wiedergeben kann. Ja, ich wäre dafür, dass ich auch mal kurz dann... Aber man kommt dann wieder hier rein, ne? Ja, ja. Ja, ja. Weil ich will dann meine Waffe sichern. Maurice, dann kann ich ja irgendwie dann finden, kaufen oder so, oder? Was, die Waffe? Ne, Waffe speichere ich mir, aber Munition brauche ich dann halt für die, weil ich hab... Na, die Munition kannst du dir kaufen oder du kannst die finden, aber... Mit dollern und allem, oder das ist es Geld? ... dass du genau für dieselbe Waffe Munition findest, ist auch manchmal sehr gering. Okay. Aber er braucht Standard-Munition, die findet man ziemlich häufig. Achso, na gut, dann geht's, ja. Ja. Ja, das geht, ja. Okay. Am meisten findet man halt immer die 9mm oder die Schrotflinten-Munition. Okay. Wir sind im Berg runter. Ich sehe ja gar keinen mehr von euch. Warte mal, lasst uns mal kurz warten. Wir sind alle vollzählig bis auf Genie. Und Leon, du bist auch noch hier irgendwo, gell? Du hast neu gejoint. Ich sehe keinen von euch. Gar keinen. Ähm... Ja, jetzt hätte ich meine Flair zünden können. Warte mal, nee, ich tue mal ganz kurz leuchten. Ich hab aber keine Flair. Ganz kurz nur, Achtung. Löffel. Habt ihr mich gesehen? Nein. Nö. Nö. Was? Warte doch da unten. Ja, ich dachte mir nur, ja, weil wir müssen sowieso in die Richtung, ne? Wieder da. Auf, meiner Small, Small. Small Wille. Nee. Ich geh jetzt erst mal mein Zeug sichern. Das ist mir zu riskant jetzt, das nochmal zu verlieren. Ja, erst mal müssen wir in die Zone reinkommen, oder? Ach. Sind wir ja noch nicht, dauert noch ein bisschen. Hätten wir ein Auto, würde jeder hier einsteigen und wären wir schon da. Dann würden sich durch noch 10.000 Millionen fache Zombie mehrfach Tötung machen. Ja, weiß man schon, wann das ist ein großes Auto. Stimmt es, dass es überhaupt kommt? Ja, ja, das sollte eigentlich im Januar kommen, aber naja. Okay. Auch Hubschrauber und so? Klar, Hubschrauber, Hubschrauber, ähm. Läuft mal alle ein bisschen links am Berglang. Läuft nicht, dass es das schmal irgendwie. Vielleicht sind ein Emerald Peak, aber Achtung, hier sind auch mal jede Menge Zombies, ne? Aber dann auch wieder so mit Tanken und so, oder was, Tanks suchen. Stimmt. Stimmt, keine Ahnung. Das finde ich generell schon... Ja, sonst langweilig, ne? Ja, langweilig, ey. Steht, wenn du fährst, vor dir 500.000 Millionen Zombies und dein Tank ist leer. Ja, ist doch cool. Voll cool. Da kannst du auch direkt das machen, was wir vor uns gemacht haben, in der Military Base, einfach mal versuchen in den Tunnel reinzulaufen, einfach mal 20 Zombies wecken und sterben. Drei Leute von uns, wir müssen dann noch so eine Gedenkminute machen. Wo seid ihr denn? Links am Berglang. Links am Berglang. Ich bin nicht durch das Haus gehende. Ja, okay, ich bin auch links, also müsste theoretisch irgendwo in meiner Nähe sein. Ja, wir sind ja gleich da. Ja, gut, wenn ich eine Flashlight an meiner M16 hätte. Ah, da oben seid ihr. Das ist ja scheiße, wenn man irgendwie entweder Flashlight oder Waffe haben kann. Kann man nicht eine Waffe mit einem Flashlight-Aufsatz haben? Gibt's auch, ja. Dann würde ich nicht empfehlen. Dann lieber Night Vision. Oh, das ist sau-teuer. Das muss ich haben. Und wenn mir das dann jemand klaut, rast dich aus. Oh, das Geräusch gleich, hörte das? Das höre ich auch. Dramatische Musik. Ach, Tummi, seid gleich tot. Nee, im Moment nicht. Du musst doch mal mit dem Flashlight leuchten, dass auch alle wissen, dass wir jetzt hier sind. Nein, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Oh, Mann. Vielleicht kommt so ein kleiner Camper, der uns gleich alle über den Haufen schießt. Und dann trittet. Deine Waffe, meine Waffe. Jetzt ist Geräusch weg. Bei mir kam das schon vor zwei Minuten oder so. Achso, ich habe vorhin sogar einen größeren Rucksack gefunden. Achso, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich war vorhin so ein bisschen am rumgucken. Ich habe zwei Helme gefunden, die geil aussahen. Ich habe einen riesen Rucksack gefunden. Ich habe eine Pistole gefunden. Ich habe Munition gefunden. WTF, hier wird es auch viel essen und trinken. Wo bist du denn? In Smallville wird richtig rumgeballert. Ja, siehst du, und du sagtest, wir sollen hingehen. Nee, dann gelass mal. So, und jetzt habe ich einen Platz gesucht, wo ich dann quitten kann, ja? Ich gehe in so eine Lagerhalle rein. Keine Sau ist da. Ich quitte. Ich gehe raus. So, alles schön und gut. Ich muss ja noch irgendwann zur Safe Zone kommen. Also join ich wieder. Direkt tot. 20 Zombies da, wo ich dann halt gequittet bin. Letztens. Ja. Das heißt, jetzt lerne ich immer, bevor ich quitten will, versuche ich zur Safe Zone zu laufen, ne? So bin ich richtig. Oder wenigstens ein bisschen außerhalb. Smallville ist Krieg, Alter. Da vorne ist es schon raus. Da ist immer Krieg, ja. Ja, Smallville und Cleoview sind immer die Städte, wo das meiste los ist. Campus. Ja, Campus, ja. Also hier sind wir, die vorhin losgelaufen, oder was? Jo. Wenn wir jetzt rennen, schaffen wir es vielleicht mal lebend. Wieso sehe ich euch, ne? Wie rennen wir? Ich renne schon. Ich habe wieder Durst. So sehe ich euch nicht. Wir kommen zu derselben Seite, wo wir weggerannt sind vorhin. Ja. Ja, ich habe, ich habe Dings, bevor ich habe, ähm, trinken. Du hast trinken selbst schon. So eine kalt Cola wäre jetzt nice. Brauche ich aber selber. Oh, 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 oh. Jetzt schieße ich dich über den Haufen, ne? Mit einem Schuss? Cool, wenn man sich, wenn man eine Waffe kauft, oder so, dann jedes Mal, wenn man tot ist. Yeah. So, Safe Zone, wir haben es geschafft, ne? Wir haben es geschafft. WTF, ich bin noch nicht drin. Ich quitte mal kurz. Jetzt bin ich drin. Wo seid ihr? Ach, da unten. Hallo. Oh, Mann. Das ist cool. Tagsüber losgegangen, nachts angekommen. Oh, das war's. Wer hat da geschossen? Irgendein Sniper. Da ist er da hinten. Wo? Er ist hinten irgendwo. Wo denn? Verplant. Welcher Höhe? Ähm. Warte ein bisschen rechts. Wenn du hier an der ersten Tanne vorbeiguckst, da war er. Hahaha, der denkt sich bestimmt so, fuck, zu spät. Was hat er verpägt? Ja, wartet er vielleicht schon, vielleicht wartet er da schon zwei Wochen oder so. Hahaha. Tja, der Stream laggt ein bisschen. Hahaha. Der Stream hat Verzögerung, ne? Guck mal eben. Ja, Verzögerung. Geil, und ich hab das vorgesehen, diese Lichtgeschichte. Das war Acid Burn. What the fuck, der ist tot. Der legt ganz viel Zeug auf dem Boden. Ja, das war Acid Burn, hat ihn erschossen. Der Typ, der hier vor uns, äh, vorher mit der Sniper rumgelaufen ist, der dir die Gorilla gegeben hat. Kann ich das Zeug aufsammeln gehen? Würde ich nicht machen, dann wirst du erschossen. Aber der ist viel Zeug, das ist voll die Verlockung. Du deins doch erst sichern, in dein Global Inverteid. Ja, ich hab jetzt, Leute, ich bin dafür, dass wir da hingehen und das alles nehmen. Ja, nee, der ist der Sniper doch immer noch. Ey, da liegt so viel Zeug, ohne Scheiß. Wo seid denn hier? Wo liegt denn so viel Zeug rum? Ja, holt meine Sachen, das ist gar nicht so einfach, Maurice. Guckt mal, ich guck genau in die Richtung, da unten. Emerald Peak? Genau, hier, in meine Richtung. Guck mal nochmal in die Richtung. Ja? Wieso seh ich euch nicht? Genau da unten auf dem Boden, zwischen dem ganzen Gebüsch. Laufen wir ein bisschen darum, Leon. Wir sind da, wo wir vorhin losgelaufen sind, noch am Anfang ziemlich. Ja, da bin ich bei den... Ach, da, ja, jetzt seht's. Wirst du ihn? Baby Bonk, ich sehe dich doch zum Spaß. Guck mal nach rechts. Genau da, in der Richtung liegt das. Da sind wir alle, guck. Da stehen wir alle. Und da war ein Sniper eben. Hey, komm mal, Petrol. Siehst du, was ich habe? Prima was zu trinken. Was hast du denn? Boah, ist das ein schlechter Sniper. Eine Hatschette. Ey, der Sniper war richtig scheiße. Der hat zweimal geschossen, nachdem wir schon gefühlt haben. Aber, der war wirklich schlecht. Ja, man, trinken. Danke. Also kurz vor der Safe-Zone wird richtig ungeballert. Alles geil ist, der traut sich nicht, die Sachen zu holen, der Sniper, ne? Vielleicht denkt ihr, dass wir auf ihn zielen. Ich ziele auf ihn. Ich ziele noch nicht. Ja, ich weiß nicht, warum der ist. Weil die Sachen sind genau, warte, ich zeig dir mal ungefähr in der Richtung, da. Das Ding ist, ich sehe den nicht. Warte, die auf dem Fußboden liegen, die. Welche? Ja, ist mir egal, wir sind in der Safe-Zone. Wir sind in der Safe-Zone, da kann uns nichts passieren. Ich höre den Typen schießen, als wäre der neben mir. Ich finde nichts, sagt er. Nicht ihn anleuchten. Da ist jemand. Momo will Sachen, das ist Momo, der da wohnt. Nicht Momo anleuchten. Momo nach zurück. Verrück. Leuchte mal in die Richtung, die Sachen... Du musst genau da, genau da vorne, rechts, weiter rechts. Oh Gott, nicht anleuchten, nicht anleuchten. Leuchtet ihn nicht an. Wenn ihr den anleuchtet, dann seht ihr, sieht der Sniper den hier. Das ist perfekt für den Sniper. Ich muss immer quillen. Oh, danke. Jo, er hat's, glaube ich. Nee, er hat's nicht. Geradeaus, immer geradeaus, Momo. Immer geradeaus, jetzt ein bisschen genauer hat's. Ja, 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 sehr gut. Oh Gott. Hallo, Manu. Barbecue, Manu. Jo, Herr Leipa, nein. Wenn ihr jetzt stirbt, muss einer von uns... Okay, was hast du alles gefunden, Momo? Nee, komm erst mal zurück. Ja, na klar, komm erst zurück und dann sagst du, was du gefunden hast. Leuchtet mal, ich weiß nicht, wo ist es denn? Leuchtet mal, bitte. Keine Waffe. Oh, wie unkommend. Nicht, dass du mich gleich über den Haufen schießt. Aber essen und trinken, weil ich habe beides auf Hälfte. Ich habe ein bisschen Hunger. Ja, ich laufe direkt auf euch zu. Ich laufe direkt auf euch zu. Gleich ballern wir. Ich will auch, wenn du mich abschießt, ne? Wir können ja nicht nach der Selfie-Zone. Skiper ist raus, aha. Sehr schön. Naja, wenn man so versagt. Ja, das ist doch wirklich peinlich, ey. Ich habe noch eine Schutzweste mitbekommen. Was ist das? Keine Angst, ich teile das gleich alles, was ich hier aufsammle. Ich klaue euch nichts. Oh, voll viele Pain-Killer-Dinger. Das war's, oder was? Pain-Killer brauche ich gleich. Ich habe mega wenig. Ich auch. Tertig, Momo? Wo darfst du dann noch... Oh, der hat ein größtes Rucksack eingesteckt, der Wichser. Den will ich haben. So, okay, was wollt ihr alles haben? Ich habe jetzt... Braucht Pain-Killer, den Rucksack trinken. Large heißt ja groß, gell? Der ist riesig, glaube ich. So, ich habe hier einmal eine Weste, Drop-Item. Hier habt ihr eine Weste. Ich habe hier mehrere Pain-Killer, aber wenn ich Drop mache, dann droppt der alle. Ich will aber auch ein paar behalten. Ne, der macht einzelne... Pain-Killer werden einzelne gedroppt. Okay, gut, ich habe jetzt zwei gedroppt. Danke, Poppen. Ich darf den Rucksack behalten, Männer, gell? Wer auch immer mir den gerade gegeben hat. Hast du zufällig noch was zu trinken? Ich, nee. Change, jawoll, großen Rucksack. Will jemand meinen kleinen Rucksack haben? Kriegt aber nichts, gell? Ich brauche was zu trinken. Oh. Nice, ey, das... Aber es gibt ja noch einen größeren Rucksack als den, den ich habe. Jawohl, der größte Rucksack, den man sich kaufen kann, ist der Alice-Rucksack. Da passt so viel rein. Ey, ist das nicht selten, den, den ich jetzt auch schon habe, der jetzt riesig ist? Wie heißt der denn? Military. Boah, ich bin in der Safe-Zone, endlich. Military Ruck. Bis dann. Wo steht das? Tschüss, Momo. Bad Boy, ich bin jetzt die ganze Zeit hergerannt. Bad Boy? Echt? Hast du was zu trinken? Nee, leider nicht. Pisse. Ich halte, dass es nicht Tabletten gibt, wo man alles Hunger trinken voll hat. Ja, so ein... MREs. Es gibt MREs. Das sind militärische Stationen. Damit kann man auch Essen trinken voll auffüllen. Okay. So, Leute, ich wäre dafür. Ich gehe jetzt mal ganz kurz raus. Also, ich muss auf Quit gehen, ja? Ja. So, warte die 10 Sekunden ab und dann gehe ich gleich auf dieses globale Ding. Und zwar, ich möchte den Rucksack gerne speichern und die Waffen. Genau. Und ich komme jetzt wieder rein und gebe dann Maurice die Sachen, die ich vor uns gefunden hatte. Ey, Knickhopf. Pippel, hast du noch einen anderen Rucksack? Ja, einen kleinen. Ja, okay, da musst du den tauschen. Das ist mal auf mich anzuleuchten. So, Inventory. Hier ist Global. Da tue ich jetzt. Was möchte ich rein? Die Waffe möchte ich speichern? Okay, gespeichert. Ähm, Riesenrucksack. Toll, jetzt kann ich den Riesenrucksack doch change, baby. Okay, doch, geht. Change. Und bei mir sind bei LOL nur noch 7 Minuten. Obwohl in halben Stunde noch nicht mal um ist. Komisch. Change. Change. Hey, es... So, den Riesenrucksack habe ich auch eingesteckt. Die Waffe habe ich eingesteckt. Äh, hier nochmal hier so eine Weste stecke ich ein. Die normale Weste nehme ich mit. Fernglas stecke ich auch ein. Bandagen, Pan-Killers nehme ich jetzt. Mit Munition stecke ich auch ein, gell? Bandagen würde ich nicht mitnehmen. Wieso Bandagen nicht mitnehmen? Weil die viel wiegen. Die wiegen 200 Gramm. Pan-Killer wiegen nur die Hälfte. Okay. Okay, nehme ich Pan-Killer mit. Einen Hammer habe ich dabei und meine Schutzweste. Ich habe auch eine Schutzweste. 4 Gramm wiege ich jetzt mit den Sachen. Also die Tasche wiegt 4 Gramm. Nämlich ich. Okay, das hat er jetzt gespeichert, meint ihr, ne? So, ich habe 88% Leben. Ich bin verwundet, steht da. Scheiß drauf. Ich gehe da jetzt wieder drauf. Ist einfach bei Favorites. Das brauche ich jetzt da, wo ich eben gerade gegangen bin, nehme ich an. Äh, unter Favorites ist mein Server jetzt nicht mehr gelappen. Warte mal. Das waren jetzt 233, gell? Ja. Ganz unten gesucht, sehr nice. 233, 55 sind da nur drauf. Was heißt Spritz auf Englisch? Keine Ahnung. Die heißen Spritz mal CO1 Spritzen, ne? Was war das gerade gewesen? Was da jetzt gerade abging. Das war eine, eine Flashlight. Alter, ist die hell. So Leute, ich bin im Gerüst gespawnt. So, ich bin da. Hallo Pepper. Kleinen Rucksack wieder am Start. Ich suche jetzt gerade noch Maurice. Ich weiß ja nicht. Boah, kannst du mal gucken, Pitbull, ob der im Stream-Chat irgendwas schreibt? Im Stream-Chat schreibt keiner. Ich gucke die ganze Zeit drauf. Maurice, bitte melden und an die Kasse kommen. Maurice, bitte an die Kasse. Der kleine Maurice möchte gerne im Kinderparadies abgeholt werden. Sind wir jetzt nur noch zu viert, oder was? Ne, wir kommen auch gleich noch. Weißt du? Ja, ich will jetzt mal Maurice die Sachen geben, und dann will ich erstmal nochmal ganz kurze AFK. Boah. Was hast du denn da? Oh, ein Night-Vision. Liefer ein Dice. Oh, will ich haben. Brauchst du das? Gerne. Was? Brauchst du die Nacht-Nacht-Dingens? Nachtsicht-Kamera? It's Urban, Alter. Der ist immer von oben bis unten voll ausgerüstet, Alter. Egal, wo er ist. Habt ihr noch nie gesehen, in irgendeinem Spiel, wo der nicht ausgerüstet war von oben bis unten? Hier schießt einer. Oh. Hab ich nicht gehört. Habt ihr was gehört? Ich nicht. Bist normal, ne? Ihr seid hier? Oben links. Jo. Ja. Nachtsicht-Dingens. Voll nice, ne? Doch, Hans. Schreib das mal lieber ins Klobe. Äh, ins Box-Mitti. Da schwingt es mal gucken. Achso, ja. Gucken, wie man damit gucken kann. Ich will es einmal aufsetzen. Ich gebe es hier wieder. Versprochen. Wenn man den ins Gesicht leuchtet, ist es dann noch heller? Ich nehme sofort auf. Ja, mache ich. Aber willst du es mir schenken oder ausleihen? Das sind zwei Unterschiede. Ja, ich halte eh gedrückt. Hab ich gemacht. Es klaut schon keiner. Wir sind... Da oben liegt's. Hab's, okay. Auf den Kopf. Äh. Oh, geil. Okay, wie gucke ich jetzt da raus? Wie geht das? N. 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 Ach, du heilige Schöne. Wie geil ist das denn? Geschenkt. Geschenkt? What the fuck? Hä? Boah. Hallo? Nice. Oh, cool. Das sieht man heller. Ich habe gehört, du spielst jetzt immer mit uns. So. Oh, dann guck mal im Livestream, wie man damit jetzt sieht. Alles grün. Hol mir noch eins. Richtig nice. Bei mir hat es sich aufgehangen. Danke, Alter. Jetzt habe ich was, was Genie nicht hat. Bestimmt, wenn du rausgehst, bist du sofort tot. Ja, ich gehe aus der Saison. Und dann sammle ich das auch. Genie, geh, Genie, geh. Ey, damit zählt man ja voll gut. Ja, Mann. Du hast doch einen Legendary Account. Hast du doch Goldschranz, oder? Ach, nur 220. Geil. Ich logge aus und kaufe mir auch so eins. Sagt mal bitte Maurice, der hat ja gerade geschrieben, dass er wieder da ist. Schreibt dem mal, dass wir im Safety Zone ein Dingsgedöns warten. Ich kaufe mir jetzt auch noch schnell so ein Nachtsichtgerät. Soll ich mal jetzt einpacken, lieber? Ich habe keinen Bock, dass ich das verliere. Ja, würde ich auch machen. Du gehst bestimmt raus und sofort tot. Also ist das wertvoll, oder was? Anscheinend. Na, du siehst ja besser dadurch, oder? Genie, pass mal auf. Stell vor, ich will jetzt Let's Playen oder mit selben Text und so das Let's Play machen. So, ich rüste mich mit meinem riesen Rucksack aus, nehme das Nachtsichtgerät mit, nehme eine Waffe mit, starte und dann tötet mich einer. Dann ist alles weg. Jo. Ja. Alter. Ja, ne? Quasi müsste man immer mit dem Hammer losziehen, alles sammeln, dann wieder zurück, alles speichern, dann wieder mit dem Hammer losziehen, alles sammeln, weil dann ist der Verlust nicht so groß. Aber dann hast du ja nie deinen Stuff und kannst es nie benutzen. Vielleicht, wenn du alles doppelt hast, gehst du dann damit durchs Schluss. Ja, oder wenn du mal ein paar Leute killen willst. Richtig episch, ey. So, ich hab... Essen und Trinken... Solange wie wir hier... Das finde ich auch doof, dass man Hunger und Durst hat, während wir hier in der Safe... Okay, ist die realistisch, aber... Danke. Ja, geht auf den Sack. Wir warten hier nur ein bisschen. Ich brauch trinken. Ja, ich bin fast tot. Ja, ich auch. Leute, wir können... Oh, Pitbull, erst mal in den Müll. Man kann hier voll Verstecken spielen. Ich bin in der Mülltonne. Ich leg auf die Ecke. Hier müssen wir uns ein Abonnenten-Verstecken-Spiel machen. Ähm, 233 waren wir, ne? Ja. Ja. Tschüss. Wer auch immer gegangen ist. Knickkopf. Ja. Ich bin bei LOL jetzt auch drin, ne? Na, ich warte jetzt noch auf Maurice und dann... Ah, ich glaub, dann gehst du mal... ...Warset Offline. AfK und guck noch weiter. Was, gehst du denn offline, Gini? Warset erst mal offline, ja. Ja, wollen wir dann mal... Falls du nicht Lust hast, dann testen wir einfach mal bei LOL. Hm, komm, machen. So, dann locke ich mich jetzt auch hier raus. War richtig geil. Ne, ich muss eh noch auf Maurice warten. Also, das kann auch ein bisschen dauern. Ich weiß eigentlich, wo er ist und ich bin jetzt gerade nicht im Chat, also... Was hast du denn von ihm, was wichtig ist? Ja, ich hab den Rucksack, ich habe... Einen großen Rucksack, oder? Alter, man sieht ja richtig geil mit dem Nachtsichtgerät. Wie sagt ihr alle so ein Ding? Ich will's auch. Ja, richtig geil. Ja. Man sieht auf jeden Fall, ähm... Ja, alles. Gibt's so was, also Thermal-Visier oder so auch, so auf Sniper? Mhm. Aber du kannst das Nachtsichtgerät mit den meisten Visieren, glaube ich, benutzen. Okay. Aber, also, okay. Ist da jemand was essen und trinken dabei? Ich hab gar nichts mehr, ich hab nur noch meine Flashlight. Weißt du, ist jetzt beides auf rot, essen und trinken. Warte, ich komm mal wieder, ich geb dir was. Leben hab ich schon. Ja, mir auch bitte. Ich brauch eigentlich nur trinken, das ist das Einzige. Ich brauch beides. Wo habt ihr denn so viel essen und trinken? Ich spiele ja schon ein bisschen. Das scheint wichtig zu sein. Ein bisschen. Ich spiele auch ein bisschen. Also, jedes Mal, wenn ich alleine unterwegs bin, soll ich immer essen und trinken am besten mitnehmen, oder? Auf jeden Fall. Ja. Immer drei von jedem am besten. Den Rest kannst du finden. Ich hab Langeweile. Ich spring hier die ganze Zeit in. Leuchtet mein Auge, wenn ich das Nachtsichtgerät nicht anhabe, oder leuchtet es nur... Ah, doch, es leuchtet die ganze Zeit, okay. Leuchtet die ganze Zeit. Das sieht aus wie so ein Alien mit grünen Augen. Dann kann man mich aber auch besser sehen, oder nicht? Chillst du irgendwo im Gebüsch, und dann... ...liegt da auf einmal einer mit einem grünen Auge. Ah, das ist das Military Night Vision, ne? Was ihr da habt? Weiß nicht. Ja, Night... Ja, Military, ja. Ja, und dann gibt's nochmal das Civilian, das sind zwei... ...Taschenlampen-Augen. Und dann gibt's nochmal das richtige NVG, das leuchtet überhaupt nicht. Okay. Lowe. Das ist bestimmt voll teuer, oder? 265 Gold-Coins. Okay. Ich will auf jeden Fall einen geilen Skin haben, so wie du. So, ich bin wieder da. Mit so einem Datenuniform, ey, richtig nice, sah der aus. Wer will was? Ich möchte erst nur trinken, beides ist auf dem Boden. Ich auch. Beides ist kurz vorm Verrecken. Na, du halt. Ich brauch nur trinken. Was? Was? Oh, aber wie viel Wasser hast du? Red Bull kannst du mir noch was übrig lassen, okay? Hat der jetzt alles aufgenommen? Ja. Pitbull hat jetzt alles. Ich brauch aber nur einmal trinken, also. Ja, ich bin auch fast tot. Guck mal, was zu trinken und essen für mich raus, ja. Pitbull, teilt doch mal auf. Ich steh, Pitbull, böser. Ja, und dann ist es leer. So, okay. Wer will denn dann nachher alles lol zocken, weil Maurice fragt, ob er mitmachen kann? Ich hab alles weggeworfen, was ich hab hier unten. Danke. Jetzt bin ich voll auf jeden Fall. Kokosnuss-Wasser. Lol, das Kokosnuss-Dings, das hat voll gemacht. Ich war fast tot. Ja, das Wasser, was ich hatte, hat auch fast voll gemacht, ja. So, dann lief ich jetzt, bevor ich gleich wieder essen und du es hab und so. Hunger mein ich. Quitten. Voll doof. Könnt ihr auch nicht auf Deutsch stellen, oder? Nee, das geht noch nicht. Geht noch. Ist noch in der Beta, glaube ich. So. Ich quitte jetzt auch. Ich habe das Spiel gespielt. Ja, voll nice, das Spiel. Ja, eigentlich hat richtig Bock. Ähm, Maurice, ich habe nur die Kruger, das Large Packpack und die Santa Slil Helper-Mütze. Die hatte ich von dir leider nicht gehabt. Wenn ich jetzt einen Skin habe mit einem roten T-Shirt, das kann ich nicht mehr wechseln später, oder? Na, wenn du deinen Charakter löscht höchstens. Achso, okay. Ich kann so unendlich löschen und neu machen, wie ich Lust habe. Hm. Okay, nice. Jetzt ist ja noch nicht schlimm, aber später, wenn du das Skillsystem hast, dann würde ich es mir halt überlegen. Okay. Na, darfst du auch wieder reichen. So, probieren wir jetzt mal LOL für die jetzt, die noch so lange zugeschaut haben, obwohl sie nur Bock auf LOL hatten. Ja, wir haben ja jetzt fast immer LOL. Habt ihr noch? Ich möchte mal fragen, ob ihr noch was von Maurice habt. Nee. Gar nichts, nee. War das der, der am... Wo ist er denn gestorben? Na, hier in dem Military Base, wo die Massen an Zombies sahen. Da ist bei mir 16 Minuten. Achso, war er da vor dem... Vor dem großen Panzer da. Ja, dann habe ich noch was von ihm. Was denn? Ein Katana und ein Hatchet. Und ich glaube sogar noch ein Jericho. Pitbull, ich konnte mich sofort einloggen. Ich habe keine Warteschlange. Ich muss 15 Minuten warten. Ich bin eben nochmal neu, weil ich da irgendwie Black Screen hatte. Jo, die Katana meinte er, hat er, Maurice. Echt? Was? Wer ist denn dann da gestorben? Naja, du hast doch gerade gesagt, du hast die Katana, oder nicht? Na, ein Katana habe ich auf jeden Fall. Hm. Naja, und Maurice sagte, ich hatte eine Katana gehabt. Und Jericho auch. Das habe ich. Jericho habe ich auch. Und ein Hatchet habe ich auch. Ja. Das war glaube ich alles seins. Ich hatte keine Wartezeit. So, ich komme nochmal auf 2, 3, 3. Warten wir jetzt hier 15 Minuten und zocken, dann lol, Genie. Warten wir jetzt hier 15 Minuten warten und dann lol zocken. Oder wie sieht es aus? Alle ruhig. Genie rein. Ort Art Online. Flaschengeist. So, ein geiler Anni. Ist ja jemand von den Zuschauern jetzt noch da, der Bock hat auf eine LOL-Runde. Ich. Ich bin Zuschauer. Ihr könnt mich ja dann schon mal einladen. Ich bin bis wenigstens mal schnell. Also du bist dann dabei, ja? Ich bin dabei, ja. Aber ich will jetzt mal schnell nochmal Ruis das Zeug geben, was ich noch zumindestens habe von ihm. Flaschengeist? Mhm. Wo bist du? Wo, was, wo? Bist du noch bei Wazi? Ja. Warte. Ach, da bist du. Okay. Dann gebe ich dir mal die Sachen. Mhm. Da lag noch eine zweite Axt rum, aber die hat irgendwie mal ein anderes Wort. Ich habe Hatchet, die Katana und eine Jericho jetzt, ne? Hat er noch ein Magazin? Können Sie gemacht von dem Dollar, den man findet? Jericho, Hatchet, Katana. Ja. Gut. Okay. Hat er noch ein 9mm Magazin dabei? Ähm. Keine Ahnung. Pitbull? Ja. Spielst du dann mit Kata, oder? Ich spiele mit Kata, ja. Mit Wayne kann ich noch nicht. Okay. Maurice, komm mach mal hin, ja. Ich will raus aufs Warset. Du verbrauchst die ganze Zeit dann nur unnötig essen. Essen natürlich. Die Warte. Egen, ja. Du kannst ja auch rausgehen und warten, bis er da ist und dann wieder rein. Ja, ich sehe den Chat nicht mehr. Achso. Wo bist du denn, Maurice? Also ungefähr? Der ist bestimmt in der falschen Safe-Song. Ich bin da. Aber nicht da, wo ihr seid. Emerald Peak ist er? Ja, dann bist du ja fast da. Okay, voll. Bestimmt wird er da vorher getötet. Ja. Das wäre natürlich scheiße. Das wäre richtig bitter. 11 Minuten musst du warten. Pitbull? Ich muss echt glättern. Dann, also wie gesagt, Leute, ich mach gleich einen privaten Raum mit Passwort. Werde dann erstmal die Genie Leon uns so einladen. Die mitspielen halt bei uns, die jetzt im Teamspeak sind. 1, 2, 3, 4. Dann sag ich euch das Passwort und dann könnt ihr reinjoinen. Wie immer. Das Passwort ist e1, 2, 3, 4, 1 oder 3. Ja, ich mach halt kein schweres. Oder Eistee. Oder sowas. Oder sowas. Ja, und das mach ich dann. Jetzt sagen wir, Genie sind dann in einem Team, oder? Du bist bestimmt wieder Miss Fortune. Nein, ich spiel Jungle. Ah, Jungle, okay. Ich spiel Wayne. Oder Esruhe. Oder Adi Carry. Genau. Können Sie gerne tun, ich gehe Jungle mit Amumu. Sehr schön. Oh. Amumu. Amumu. Ich schade das kass. Dieser in euren Channel wurde gekickt von dem Server. Wer wurde gekickt von euch? Äh. Meine Freundin wurde gekickt. Wieso? Von wem? Wurde von Semtex Kass. Von was? Keine Ahnung. Von. Little Time X. Ach so, Time Idol. Ja, wenn sie nix sagt, dann wird sie automatisch gekickt. Ach so. Also sie muss alle drei Minuten was sagen, sonst ähm. Du musst alle drei Minuten was sagen, sonst wirst du automatisch vom Server gekriegt. Brauchst du es mal Miau zu sagen? Disconnected. Connected. Disconnected. Jetzt bin ich ganz kurz rausgegangen. Connected. Inkommen und wiedergegangen. Was war das denn? Ähm, das Problem ist halt immer, wenn ich streame und so. Das wechselt ja jedes Mal mit Vollbild und Nicht-Vollbild und ich habe jetzt zwei Monitore. Und jedes Mal ist dann halt Skype, äh nicht Skype, Teamspeak eingefroren. Ich höre euch halt noch, ich kann reden und so, aber es ist halt eingefroren. Es ist halt sehr nervig, finde ich. Äh, bei, wenn Pitbull redet, ist da so ein komisches Rauschen, das ist voll ekelhaft irgendwie. Echt? Ja, aber nur bei mir. Äh, aber nur bei dir, wenn du redest. Hört ihr das auch? Im Livestream? Oder ihr? Okay, das ist ja echt. Also ich höre das. Das ist voll komisch. An was kann das liegen? Warten wir Optionen? Bestimmt auf jeden Fall bei Teamspeak irgendwo. Also, ähm, auch. Pitbull, dein Headset ist kaputt, äh, dein Mikrofon ist kaputt, kauf mal ein neues. Okay, kann nicht sein, weil ich eben noch recordet habe. Nein, ich muss... Ich muss ja nicht gleich ein neues kaufen. Ich bin dann auch erstmal weg. Ich spüre kein Lull. Ja. So, wie sieht das aus? Äh, ist immer noch. Immer noch. Viel Spaß noch Leute. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschö. Tschö. So, und jetzt? Wie sieht's jetzt aus? Es ist bisschen besser. Bisschen besser, okay. Ähm, wenn ich einen Test mache... Genie, hörst du Rauschen von mir, wenn ich rede? Oder so... Das knackt so komisch manchmal. Dann ist einfach mal Leon am Arsch. Was? Sag nochmal was. Ähm, Test, 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 Rauscht ist... Ja, okay, das knackt ab und zu mal, aber Rauschen ist es jetzt nicht, ne. Ja. Merkwürdig. wenn ich record oder sonstiges dann ist dann nichts gar nichts aber am ts liegen und teamspeakeinstellung ja tu mal tu mal disconnecten vom ts und kommen noch mal rein okay auf jeden fall ist so komisches knacken so knacken auch auf meinem headset wenn ihr redet dann liegt es aber an dir bei der weite noch leon glaube ich ja ich höre ich ganz normal ohne knappen komisch wenn genie redet höre ich das knacken dann liegt es an dir weil ich höre keinen knacken außer dich ich frag die leute im livestream aber die antworten mir nicht sind schon eingeschlafen habt ihr irgendwie rauschen oder knacken oder sowas im live stream wenn ich rede das knacken ist auch leicht hier zu hören ja leon hat die fresse okay da muss ich halt mal gucken wieso habe ich die nachricht nicht gekriegt am zu der selbst die zonen brauchen wie lange dauert das noch ich glaube der stream ist bei mir gefriest fünf minuten steht bei mir wie viel fünf minuten bei mir steht die ganze zeit fünfzehn minuten und sechs sekunden bei mir stand auch fünf minuten da ich glaube ich muss mal neu laden ich glaube so wie war die qualität von daisy wie war games und hat es geleckt jetzt sieht mal weiß nicht don't knacken ja aber wenn du doch emerald peak bist alte das dauert doch keine fünf stunden da brauchst du auch nicht rennen da wäre ich innerhalb von zwei minuten da der geht bestimmt noch umwege und er war gar nicht immerhin hat mich angelogen ich bin ich auch fast tot weil ich hab kein foto mehr also kein essen dann musst du ihn muss er dir was geben das weiß ich auch aber sollte ich dauer senden anhaben was sagt ihr dauer senden oder sprache und du klingst ohne scheiße du klingst gerade richtig ja das ist verweigend mann ich bin es geländen es geht ja nicht das kann nicht sein das ist jetzt von der abkacken ist aber eben nicht ich bin Teamspeaker drauf ein bisschen connected ich habe kein knacken oder sonstiges nichts nur halb wie die die niedriges Channel Switched Channel Switched Channel Switched Channel Switched Channel Switched Channel Switched Ja, okay, ich seh's schon, Maurizma, Maurizma, okay, jetzt hat er's gecheckt. Ja, passt, 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 ist okay. Das Geil ist, ja, mit dem Nachtsichtgerät kann man so weit gucken, auch mit den Fernclustern, auch wenn's fortz, fortzdunkel, hm, wenn's dunkel ist. Genial. So, dann komm mal ran hier auf den freien Mann. Neb ich dir das Zeug. Gibt's auch Granaten oder sowas? Oh. Geni? Granaten? Ja. Gibt's sowas? Oh, jetzt hier drinne? Ja. Nicht, dass ich wüsste, zumindest noch nicht, ne? Okay. So, mehr hab ich leider nicht, Mauriz. So, in 30 Sekunden können wir LOL spielen. So, sag mir jetzt mal so ein stündchen LOL oder so. Ich kann ja bis zum Ende bleiben. Ich muss diesmal nicht so früh. Ja, ja. So, Leute, wie gesagt, ich bin jetzt drin. Hoff ich zumindest, ne? Genau, du kannst mich ja schon mal einladen. Ja, wenn ich nicht reinkomme. So, Daten vom Werden-Server abgerufen. Sehr schön. Lade. Mein Livestream ist schon wieder gefreezt. Boah. Internet-Force ist drin. Internet-Force, wenn's scheiße. Ja genau, ihr könnt mich alle adden. Pitbull TV zusammengeschrieben. So. Bist du, bei mir bist du noch nicht online, weil ich kein... Spielernamen wird sein Pitbull. Passwort... Jetzt ist es gerade wieder ganz schlimm. Alter, du, deine Qualität ist so scheiße, ey. Ohne Kacke. Ja, das ist gerade wieder ganz schlimm. Was ist denn da nur los, ey? Da los. Oder mach mal dein Headside mal raus und wieder rein. Oder dein Mikrofon. Nochmal raus und wieder rein. Am Mikrofon liegt's nicht, weil ich auch recordet habe vor fünf Minuten und da ging alles. Ich hab ja das rote Mikrofon, das kann ich da rein. Ja, egal. Mach's doch trotzdem einfach mal. Vielleicht irgendwie... Ich mach's mal vielleicht aus und an. Warte mal. Oder außen an, genau. Boah, schon wieder keine Warteschlange bei La... Ey, ich bin so gut. Hör mal die Gurken. So, jetzt könnt ihr mich besser hören oder schlechter? Äh... Sag was? So, Test, Test. Geht's? Naja, nicht wirklich. Es liegt nicht an deinem Mikrofon, es liegt an TeamSteag oder sonstiges. Es liegt an deinem Channel. Der muss mal gereinigt werden. So, jetzt noch mal ein bisschen was probiert. Funktioniert immer noch nicht, oder? Hm-mm. Komisch, aber das ist jetzt erst Auftritt, gell? Ist es sehr schlimm, dass ihr mich gar nicht versteht, oder was? Das ist ekelhaft. Das ist ein Kratzen. Zieh mal deinen Stecker raus und wieder rein. Von was denn? Stecker vom Mikrofon, oder was? Ich hab das Kratzen doch auch. Das Kratzen hab ich, wenn Genie redet. Jetzt geht's. Jetzt geht's? Ja. Jetzt ist's weg. Okay, dann lag's am Mikrofonkabel. Hat sich deine Katze darauf gesetzt? Nee, das hat sich vielleicht gelockert oder so. Jetzt geht's wirklich? Ja, man hört zwar das Knacken, aber nicht mehr so das Verzerrte. Genau. Ja, gut. Du warst schon, weil du so weit weg warst. Das Knacken hör ich jetzt auch beim Leon. Ja, jetzt hört man das Knacken trotzdem wieder extrem. Komische Sache. So, na los jetzt hier, lad mal einen Pitbull. Achso, stimmt, da war ich ja, okay. Äh, wie heißt du denn überhaupt? Du hast mich gar nicht geedit. Warte, ich schreib dir das mal hier in den Chat rein. Ich wollte die VN einfach. Nö, edit du mich. Mit Leerzeichen, ne? Hm, genau. Leute, wie gesagt, Pitbull heißt der Raum und das Passwort sage ich euch gleich. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Baumhaus. Kommst du hier rüber? Also, ich seh noch gar nichts jetzt. So, das Passwort ist 9. Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten. Willst du mich verarschen, Ria? Alter. Siehst du, ist schon drinne? 2, das 3, das 3, das 3 ist drinne. Das Passwort ist 9. Also, den ist, ist Fertuko, will ich bitte auf meiner Seite haben? Komm mal rüber, Collier. Ist Fertuko, kommt auf unsere Seite, schnell! Jawoll, sehr gut. Oh, das ist jetzt aber mies, ohne Scheiß. Oh, nee, das ist fair. Kannst gleich sein. Kannst gleich sein, ne. Hey, wieso zeigt es, bin ich bei euch Level 30? Also sieht man es bei mir auf dem Bild auch? Ja. Okay, welches Level seid ihr denn hier, Pitbull und Leon? 30. 30. Ihr seid Level 30 schon? Ja. Ja. Wieso zeigt es bei mir nicht an? Ich hab gar nicht auch nicht. Das ist, bei Pitbull wird mir das auch nicht angezeigt. Bei mir selber auch nicht. So. So, Leute, wir brauchen, ich lade jetzt mal einfach den Rest ein. Was ist das eigentlich mit Knicker, wieso ist der weg? Der muss morgens schudeln, ne? Bestimmt, ja. Na gut, dann, während ihr hier die Leute einladet, bin ich mal ganz kurz mal aufgehauen. Okay. Ich mache vielleicht noch so einen Facebook-Post oder so, dass wir jetzt die Leute zocken. Das gleich. Okay. Uff. Ah, noch zwei Spieler. Das kostet ein bisschen unfassbar. Ah, noch einer. Ja, schön. Viva Krawal. Ja, wir sind voll, aber ist nicht ein bisschen unfair, was sag ich hier? Warum habe ich unbekannten Fehler, Alter? Riot Lack. Naja, wir spielen auch nicht so hart. Ähm, wo ist denn, was ist denn mit der Genie? Genie ist AFK, ziehen Sie sich. Okay, wir müssen mal ein bisschen warten, ne? Mhm. Es gibt keine TS-IP. Ich habe Ärger bekommen, dass ich die verbreitet habe, deswegen mache ich das nicht mehr. Wo hast du die verbreitet? Ja, halt immer, wenn ich Leute zocken und so, sage ich die IP, das mache ich diesmal nicht mehr. Wieso machst du das? Fettbrook, ich kann dich auch supporten und du spielst mit Wayne. Nein. Und du kannst auch üben. Ich habe gar nichts. Nee, ich kann ein anderer mal üben. Ach ja, stimmt. Okay. Was du für... Da hast du... Ja, wenn die Genie kommt, dann zocken wir. Wer hat das gesagt? Ich bin mega leise im Stream. Stimmt das oder stimmt das nicht? Warte mal. Sag mal was. Test, test. Ich mach doch einfach mal deine Boxen lauter. Ja, mein Stream ist schon wieder gefreezt. Bin ich leise im Stream oder bin ich laut im Stream? Wie war es denn eben bei DayZ? Da hat sich keiner beschwert. Ja, da war das Knacken auch noch nicht. Maul, die sind laut. Okay, ja, da war das Knacken noch nicht. Das stimmt. Jetzt ist wieder normal, okay? So, es geht los, Gene. Also, du klingst so scheiße, ohne Kack. Du klingst scheiße. Nein, du klingst scheiße. Du kannst loslegen, ja. Ich starte jetzt, ja? Hm? Aske. Aske, startet? Ja. Gewalt ist immer eine Lösung. Ja, ich... Bin nicht da. Ich sehe... Immer noch die Lobby. Ja, egal, dann... Dann tu einfach wieder raus und komm wieder rein. Ja, dann... Seid ihr aber... Okay. Ja, lol, will mich eh verhauen. Leon ist raus, ja. Du bist so früh rausgegangen. Ja, aber... Viva Krawall, bitte nach rechts. Ich... Sowas dulden wir dir nicht. Du musst nach rechts, Leon geht nach links. Ich habe aber nämlich kämpft mit einem zufälligen Champion zu spielen. Ich kann dich nicht einladen, weil du rausgegangen bist, gell? Ich muss einen neuen Raum machen wegen dir. Boah! Ernsthaft? Jetzt bin ich in Warteschlange. Ja, ja, alles liegt wieder an Leon. Toll. Das liegt an meinem PC. Der will mich toll. Bist du wieder drin oder hast du jetzt Warteschlange? Zehn Stunden. Sieben Minuten. Nee, oder? Hahaha. Hm. Eben hatte ich viermal hintereinander keine Warteschlange. Achso, ich kann den Namen so enttippen, okay. Ja, dann müssen wir sieben Minuten warten, weil der in der Warteschlange ist. Sag, das ist mein PC. Ja, wir warten, du Lappen. Das ist ja nicht. Oh, Scharfschütze, oh. Ja, der ist jetzt in der Warteschlange. Komm, sieben Minuten, das haltet ihr aus, oder müsst ihr schon ins Bett? Ja, morgen ist Schule. Außer für mich. Erstmal eine Runde zocken, dann werden wir streamen auch. Irgendwann mal, ich denke mal, eine Runde LOL oder so geht auf jeden Fall. Oh, ja. Ja, Genie ist auch dabei. Wir warten jetzt auf Leon. Genau, auf mich, Nubi. So viele Probleme. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ohne Scheiß, jetzt hätte ich schon fünfmal mein Video hochladen können. Oh, nee, nee. Ja, Leon, wie sieht's aus? Ja, acht Minuten. Hä, waren's nicht gerade noch sieben Minuten? Okay. Ja, das wurde mehr. Keine Ahnung. Geil. Ich hab nichts gemacht. Ich mach gar nichts. Ich weiß, am Ende waren's eine halbe Stunde. Und er sagt nur acht Minuten, sieben Minuten und so, damit wir ja Ruhe geben. Ja. Dummdi-dum. Lidumdi-dum. Wosi, Wosi, Livestream hat mir sehr gefallen. Richtig Spaß gemacht, Wosi. Boah, was machst du mit deinem Mikro, ey? Bisschen rumfuchteln. Ja, klar, du fühl mich in LoL-Aden, PitbullTV. Drei Minuten. Drei Minuten, okay. Also, in drei Minuten geht's los. Ihr Lappen. Hoffe ich doch. Ihr Lappen. Kannst du mittlerweile mal den Leuten deine Statistik zeigen und so? Statistik zeigen? Will niemand sehen. Ob dein Profil gehst. Spielverlauf oder was? Ja, Statistik, Siege und so'n Scheiß und... 5776 Vollstreckungen, 195 Mal gewonnen. What the fuck nur? Und du bist Level 30, was hast du gemacht? Von Wins meinst du? Oder von was meinst du jetzt? Wie den Wins? Ne, 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 passt schon, passt schon. Ich hab mich verguckt. Okay. Meist gespielt ist Champions Timo. Bringen normal, ne? Ne, aber ich spiel aber auch sehr gerne Timo, also... Timo ist mein Lieblingschamp. Ich hab keinen. Richtig. The Triple X HD. Hallo in meiner Freundesliste. Wie lange zockst du jetzt eigentlich schon? Ein Jahr, denke ich. Ja, vor einem Jahr angefangen. Ich spiele seit Dezember. Okay. Und bist schon Level 30? Mhm. Voll nice. Ich weiß noch, wo ich am Anfang versagt hab und gedacht hab, ey, die sind alle besser als ich. Ich kann das Spiel nicht und so. Weißt du, weil ich immer gefeedet hab. Ich hatte nie Bock auf das Spiel, weil ich immer so schlecht war. Ja, und Knick und ich, wir haben immer mit dir gespielt. Und jetzt lauf ich hier rum und mach mit Kata vierfach Tötungen. Ja. Das war aber nur ein Lack. Das war kein Lack. Ich hab denen allen gegeben, die da oben waren. Weil keiner gestealt hat. Ja, hätte einer von euch gestealt, dann würde ich ausrasten. Du wolltest meinen Penta auch stealen. Mit Draven damals. Aber hast es nicht geschafft. Ein Jahr, 200 Wins. Ja, ich hab noch mehrere Accounts, du Schlaumeier. Scheiße, bin ich raus aus dem Spiel? Nee, da. Okay. Hab nicht nur mit einem, äh, mit einem Account gespielt. Ich hab, glaub ich, vier oder so. Und dann noch neue, jetzt gemacht mit Semtex. Noch 30 Sekunden. Dein, 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 dein komisches Knacken und keine Ahnung, das ist total nervig irgendwie. Wieso ist es jetzt und nicht eben, weißt du, wo wir wohl sie gezockt haben? Keine Ahnung. Stecker raus, stecker wieder rein. Wie auch soll ich das denn noch machen? Das funktioniert. Acht Sekunden. Ja, Doku und Unicorn zockt ja auf Ranked. Toll, jetzt steht 15 Sekunden. Jetzt. Na bitte. Jetzt stürzt mein Client bestimmt ab. Das will. Endlich lad mich ein. So, hab jetzt Stecker raus und wieder rein gemacht. Unicorn, das Problem ist bei mir, ich hab jetzt schon öfters mal Ranked Solo Queue gespielt. Allerdings ist es immer so, dass God Lane, wo ich meistens dann immer bin, ist mega bockig, ja. Aber die restlichen Lanes, die Feeden, die geht mir so rein. Wollt ihr mich jetzt noch? Ja, das ist viel besser. Echt? Ist es besser jetzt? Ja. Ernsthaft? Ja, nein. Keine Ahnung. Sag nochmal was. Alkman 1996, ist es jetzt besser oder ist es immer noch so bescheuert wie eben? Es klingt besser. Jetzt fang endlich an hier. Gewalt ist immer eine Lösung. Ich geh, ich geh jungle, ne? Hier, ihr wisst aber schon, dass unsere Gegner uns hören können, was wir machen, ne? Ich kann ein Black Screen reinmachen, dass sie nicht sehen, was wir hier wählen. Ich hab ein Black Screen gemacht, nicht wundern, Leute. Ja, wäre nice. Ich hab ein Black Screen gemacht. Ja, ja, wer anfängt zu hacken, sollen es Black Screen machen und so. Ich kann nicht supporten schreiben. Weil ich meine, es wäre doof, wenn die sehen, was wir nehmen, ne? Ja. Okay, Lulu. Ja. Idiot. Was? Okay, Leute, da kann man direkt sagen, dass wir Katharina haben, Mamuma, Lulu und Vayne. Ach, sorry. Und Shit, Alter, ey. Weißt du, er macht extra ein Black Screen rein, weißt du? Und du sagst noch, Alter. Mann. Ja, die sehen das doch eh gleich. Ja, aber dann haben die schon gepickt, dann können die nicht gleich counterpickern. Ähm, Leon, du weißt aber schon, es wäre Dooku und Unicorn im Skype, und es wäre eigentlich besser, wenn die beiden in den Botlane gehen könnten. Ja, ich... Dann bin ich solo top, oder wie? Mhm. Solotop geht gar nicht an mir. Ja, da verkackt er richtig, schon haben wir verloren. Äh, ich geh jetzt dann auch mit Darius. Darius hat er verkackt. Ja, ich hatte ja auch Garen oben. Ja, dann geh ich solo top und du gehst junglen, oder so. Ja, kann ich auch machen. Aber dann bitte mit Lee Sin, ja genau. Das andere ist, kannst du nicht. Lee Sin oder Diana? Lee Sin, definitiv. Du kannst nicht mit Diana. Fick dich. Du kannst gar nicht junglen. Ich will auch nicht junglen. Du hast noch nie getjunglen. Doch, versucht hab ich's schon. Ich hab noch keine... Junglen ist richtig geil. Keine, keine... Wie heißt der? Okay, du kannst dann wieder den Black Screen entfernen. Jawohl. Ich hab noch keine... Noch keine Jungle-Meisterschaften. Egal. Ich hab schon alles. Als eine Meisterschaften hab ich komplett alles. AP, AD, AP Carry, AD Carry, äh, Support. Ich hab schon geschrieben, ach was, nein, wie kacken wir... Jungle AP, Jungle AD, AD Carry. Die wollten gar nicht zusammen auf eine Lane, Leute. Ja, das war jetzt zu spät. Ja, das ist zu spät. Ja, der hat doch Trash gepickt und... Ja, Trash ist doch Supporter. Passt doch. Ja. Und dann mit dir, äh, Tristana. Passt schon. Nice. Ey, wie wir alle skinned haben, außer Trash. Nein, außer Trash. Sehr nice, dass jetzt gerade jemand die X-Turi spinnt. Fickt euch, Alter. Wehe, ich krieg Mordekaiser. Top, Alter, dann rast dich aus. Ja, okay. Oder Twisted Fate ist genauso scheiße, Alter. Du kriegst... Äh, Twisted Fate ist, glaub ich, Mitte. Aber die haben keinen richtigen Supporter. Ist das nochmal? Alter, wagt's euch, Mordekaiser, Alter. Boah, Junge. Mann, zum Kotzen, Leute. Ohne Scheiß. Plyschäschen, Timo. Oh, nice. So. Aber Mordekaiser ist free to play, ne? Wieso ist dein LOL weg? Wird wohl. Dann wäre ich wieder da. Achso. Ah, schon wieder Probleme? Mit D-X-Turi, aber diesmal. Oh. Okay. Ich bin so ein Noob, ich spiel mit Guide. Der Cutterskin sieht auch mal richtig geil aus von Pitbull. Ich find den am coolsten von allen Cutterskin. Woher hast du den, Pitbull? Selber geholt. Ja, klar. Lüg nicht. Wie. Pitbull, wagt's dir. Wagt's dir. Du musst jetzt 10 Minuten warten oder so. Boah, dann rass ich aus. Ne. Auf was? Wartest du lange? Das rast ich auch, dann habt ihr schon verkackt, würd ich sagen Die Sin Jungle Da muss ich mithalten So, wir sind im Spiel Pitbull ist nur beim Einloggen Herzlichen Glückwunsch Scheiße, okay, warte Okay, es geht Ich starte mit Red, ne Soll ich dir helfen? Obwohl ich bin top, Bot kann retten, äh Bot kann helfen Ja, genau Ich schaff's nicht für die Zuschauer, dass sie Bild kriegen Weil man DxTory spinnt und ich nur damit Bild machen kann Alter, Tristano, dafür kriegst du erstmal direkt eine Schelle Für deine Aussage Ja, funktioniert nicht Ernsthaft? Der DxTory spinnt, jetzt hab ich mir sogar falsch gekauft Geil Das ist grad spinnt, ich müsste wieder alles neu starten Also sprich So, wieso tust du über DxTory streamen und nicht über Xplit Mach ich doch über Xplit nur, wenn ich Vollbild mache, hab ich's Blackscreen über Xplit Wenn ich über Vollbild lol zocke Ich versteh kaum was Ja, dann mach doch einfach mit hier, ähm Fenstermodus scheiße, gell? Fenstermodus, ja Ja Das fiel mich ja auch Fitball Oberfläche Fenstermodus, wo hab ich das denn? Ähm, bei Grafik Und dann Fenstermodus In Fenster Genau Oder randlos, glaub ich Geht auch Ne, hier Windode Heißt es Windode Bild auf Englisch? Mhm Achso Okay Leute, jetzt habt ihr doch Bild Fitball? Ja? Du musst pullen Ja Chill mal, bei mir hat Ich glaub bei mir leckt er, wenn ich Fenstermodus habe WHAAAA Nö Ich hab nicht mal Hebs Stream leckt nicht Ne bei mir auch nicht, wenn ich spiel So, wenigstens hat Genie das jetzt noch mal gerettet, dass ihr Bild habt Hard pull please Weil normalerweise wärs jetzt am Arsch Scheiß DxTory Ne Genie, weil ich spiel halt, ich tu halt alles streamen mit äh Vollbild Und das geht dir mit Xplit nicht, falls ich das schon mal gemerkt hast Danke Danke Okay Deswegen ist DxTory die Lösung Also, ich weiß ja nicht warum, aber bei mir geht Xplit mit Vollbild Okay Nur mach ich das selber nicht, weil das dann bei mir von der Qualität her scheiße ist dann im Spiel, weißt du? Okay Oh, Mordecaisers Mitte Ja, passt, okay, dann ist, wer ist denn dann, wer ist denn dann oben? What the fuck? Ähm, Glycent SS mit So, ist schon wieder da Das ist aber Ding hier unten Ey, die sind so zweit in der Mitte, Leute Lol, die könnten sich nicht entscheiden Schwistet und Ding Ja, komm, machst du nix bei voldern, babysitte ich dich halt Geile Scheiße Geile Scheiße Oder Mordecaiser geht Ja, Mordecaiser muss bot Weil Wir haben Jungler, sonst ist Double Top und Ihr müsst sagen, wenn ihr Geld braucht, ne? Ja, komm auf jeden Fall mal öfter in die Mitte Ja Oh, Lee Sin ey, der ist fast tot Ja, ja, ich weiß nur, das Problem ist, wenn ich jetzt rangehe, bin ich auch tot Ja, dann warte lieber Und sag nicht, äh, dass du kommst und so ein Scheiß, weißt du, ping einfach Ja, ja, ja Und wie höre ich mich jetzt an? Oh mein Aufschissen, der Stream geht eh nicht mehr so lange Nein, ich wollte First Blood, ihr Schweine Ach man Na ja, gut So, Mordecaiser ist weg Der ist jetzt unten Okay Worstet fällt es da, dann lustig Ja Die anderen beiden hier, hören die uns? In unserem Team? Stimmt Natürlich, dass wir wieder richtig falsch gekauft eben Okay, gut Das ist jetzt richtig falsch, ich hab einen Trank zu viel gekauft Ja, klar Ja, egal Wir haben uns verzögert, das ist logisch Ja, ja Der hat schon 48 AP, der Penner Ich hab 58 Wie, was hast du für Runen? Nur Fähigkeitsstärke, oder was? Haben? Nope Echt? Nope Ich habe, ähm Magic Penetration, AP und, ähm, Amor Okay Ich hab, ich hab, ähm Rote, bei AP habe ich Mana, mana, äh, äh, Magie durchdringen und Magieresistenz Geht nicht Geht nicht Er hat gewordnet vielleicht Aber wenigstens habe ich einen Schmorde Kaiser bei mir Ich komm doch Ich komm doch Ich versuch zu kommen, hab mich geflasht, aber es wird nichts los Geflasht dich? Ja, um noch rechtzeitig anzukommen Schade Kannst du mal bitte die Geister angreifen? Ganz kurz Weil ich sonst sterbe Achtung, bei euch ist jemand, ne? Danke Egal Der Twizzle war eben hier Riven ist bei den Wölfen eben gewesen, hat aber Teleport glaub ich doch bei ihm, der hat Tick gelaggt Wer? Riven Riven Aber wir können ja bestimmt irgendwo in unserem Jungle Ne, der war eben bei den Wölfen, ist jetzt... Alter, sag jetzt nicht, dass ich bei den Geistern draufgehe Das ist ja richtig scheiße Nice Das war ein Satz mit X, das war wohl nix Haha, fuck Madrid Na ja, egal Erfolgserlebnis wollen wir ja lassen, ne? Hat der dich getötet? Ja, Momo Ja, ich hab den getötet und der hat mich getötet Ja, am Turm, oder? Ne, nicht Turm, wir standen genau hier drin, aber das waren zu viele Vasalen gewesen auch Oh, da sind ganz schön viele Ja Ja Äh, Gürtel des Riesen Wenn ich Level 6 bin, dann kann ich eh besser ganken, komm Hm, das stimmt Bot läuft alles gut Mit ist auch alles okay Oder? Bot, sonst hätten sie schon was gesagt, ja Nice Pitbull? Hm? Ja, okay Ich hol mir Blue, ne, weil... Ich brauch den nicht Toll Bin gut Ich war 60 AP der Pedder Hm No Nein Was, wann hast du denn? war daneben gewesen ja der turm greift dich an genie ja ja schweiß wo kommt die denn jetzt her die waren wohl ich wollte gesagt wo kommt jetzt her what the fuck die hat gerade die dings gemacht die kolams kommen irgendwann mal in die mitte was auch irgendwann mal in die mitte ja niemals er muss das arme plüschhäschen retten ich bin schon level 7 lass ihn lass ihn der wäre doch verreckt ist basti ich hab ihn doch noch entzündet warum klaust du mir dann den kill ja das war nicht mit absicht jetzt heul mal nicht hier rum ja das ist ein schangler das ist ein schangler der soll mir nicht die kills klauen ich mach halt so viel damage der hatte noch hammer viel leben und ich wollte meine ulti machen ich wollte ihn nur weg kicken aber war nice dings ist er tot nein nein ich hole ihn mir abhin ich habe schon vier assist habe alter echt ja ich habe eins sorry good now dass du jetzt mal erst mal eine runde lol jetzt noch also einmal streamen und dann noch erstmal hier fertig komm mal petbo ne das war und bot auch gleich nix gleich jetzt ist er wieder da haben wir auch zeitig deine ss ne ich habe schon das zweite mal gesagt ach so ok oben sind sie jetzt zweit na passt denn unten ja achtung die kommt runter mhm riven kommt ok ich bin tot also nicht stunden niger ich bin nicht tot aber die riven ist wohl danke leon was dieser hauskrieg du stirbst schon bleib mal ganz geschmeidig hättest du mal da bleiben können weißt du anstatt direkt da vorne ah falscher fucking knopf jetzt hat er sich weg falscher fucking knopf ja komm ich spring gleich zu dem und kick den da raus dann holst du dir den da ja dann macht es aber direkt sonst hören die das im live streamen was ihr machen wollt ja die haben das eh verkauft nix da du hast eh knallt oh riven kommt auch ganz knapp komm her ich bleib bei dir du willst dich doch zu mir teleportieren oh das war zu spät haha riven ist hier geil gewischt ja sag das mal damit ihr weiß dass da ein ward drinne ist schön die pimmelt doch bestimmt eh nicht 10 Jahre da ab aus dem standfeil warte mal hier ich bin so nubi ich muss mit guide spielen lappen lappen ja ich hab Lee Sin in der mit den neuen items noch nie gespielt ich hatte ihn damals immer im jungle ich will ja nicht verkacken da darf man filmen in dem live stream sagen haha haha weiss ich nicht bestimmt bot sieht alles nice aus da brauche ich nicht hingehen Leute sprich doch mal langsam ja weil der hat so viel AP der Peller ja 58 ich hab mehr als der nein nein sagst du nicht dass du kommst siehst du doch ne wofür ist die minimap minimap hab die golems lang nicht mehr gemacht noch gar nicht besser gesagt was machst du da Pitbull red brauche ich ne helf mir jetzt willst du mir den echt klauen nein ich will den haben aber du bist ein assi lol ich hab nicht mal gesmited ich wollte eigentlich smited ich wollte eigentlich smited aber das bräuchte ich der hätte ich jetzt mal eine ulti gemacht und den werd gut ja klar noch klar SS mit SS mit woher kommen wie viele Pilze hier Timo am start hat hmhmhm und jetzt stirrt doch nicht guck mal guck mal da oben zu mir schnell ich gucke ulti in euch er dummt diehoffin Sehen die das? Ja. Mies oder ist es mies? Abfuck. 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 Ich jetzt da hätt' schon meine Ulti reingepfeffert, ey. Good Job. Kartus! We need the Kartus! Mann! Holy shit. Gleich bei dieser scheiß Ding, ey. Ne, der geht, der ist da. Ich versuch mal aufzuk- Mach mal, dass die da bleiben. Oh, Monitor. Ah, nächster. Ja, einer ist fort. Denn Saur portet sich back und hier Riven portet sich jetzt auch back. Wenn du dich beeilst, dann schaffst du's noch. Shit, boah. Äh, SS Mitte. Mal wieder. Frag ich mal wieder. Nice. Renn, renn, renn. Das schafft, Peppa. Nice, Turm zerstören. Ups. Euer Team hat einen Turm zu stimmen. Bleib nah bei dir. Aber unaufhinbar für Feind. Schönes Ding. Jawohl, hau ihn weg, den Lappen. Oh, hallo Timo. Und auch ein Timo ist da. Ohne es nicht. Der spielt auf AD, alter. Viel Spaß. Ja, das ist ja auch ein AD Carry. Oh, Mann. Timo auf AD, find ich nicht so gut. Äh, ich auch. Ehrlich gesagt nicht. Da machen die Pilze nicht so viel Spaß. Pilze ist sogar das geilste. Okay, ich bin tot. Was passiert so? Okay, nicht ganz. Oh, der Lee Sinneson. Oh, geblendet. Ich hasse Timo. Ja, schaust du, Genie. Oh Gott. Ich renne mich nicht. Oh. Ich hab mein Weh nicht mehr gehabt, sonst hätte ich es geschafft. Holen wir uns. Ja, Fitboy. Digga, wenn ich das sage, kommt es erstmal so ein paar Minuten später an. Wie bitte? Oh Mann. Warum haust du ab, Lee Sinneson? Wieso? Fitboy, musstest du jetzt da raushauen? Ich glaub, wär ich nicht rausgekommen, wär ich noch mal zugekommen, gell? Ja. Das war ein Fail von mir. Komm. Komm, Heli. Lee Sinneson. Guck mal, soweit komm ich. Pass auf, geh. Ich geh. Nee, geh nicht back. Ich will. Ich geh. Ja, Riven. Kommt. Kommt beide her. Kommt auch ab. Nee. Ich glaub, du brauchst von denen, die sind schon Level 9 oder Level 7. Ich bin Level 9, Fitboy. Achso. Hab ich falsch geguckt. Die sind Level... Nein, die Riven ist Level 7. Oh, jetzt sehen die dich. Jetzt kommt er zu dir. Er ist in den Ding reingelaufen. Ja. In Genies Ding. Genies, mein Fahrer macht ab. Ey. Oh, Timo ist wieder hier unten. Scheiße, Timo. Warum schreibst du Englisch gleich, ne? Ja, ähm... Leon? Ja. Ja. Bleib mal ganz... Wohl, Kaiser wird auch gefüstet. So. Ich komme. Ich komme. Kommst du, oder? Nein. Scheiße. Ich hab die Riven. Nein. Verdammt, wir sind so viele. Kommt auch noch ein Timo, Alter. What the fuck? Wieso hab ich denn die... Du Arschloch. Nein, Hilfe. Hört wohl. Kommt einer zu mir. Ah, holt ihn euch. Nice. Danke. Scheiße. Warum hat der Timo meinen Kill bekommen? Find ich gar nicht cool. Wird schon, ey. Wieso ist das passiert? Ja. Car's in das Haus? Hehehe. Oh Mann. So. Ich bin schon gefeedert. 8-0. Was hast du? 8-0! Wo hast du die ganzen Kills her? Äh. Top. Das hab ich gar nicht mitbekommen. Ich hab grad ne doppelte Nummer. Manchmal hat man so brain-off-cutter merkt man das gerne. Ey, geht mal eine hoch, Leute. Hä? Ja, ich geh doch schon. Wie viele? Das hab ich gar nicht gemerkt. Das hab ich gar nicht gemerkt. Hehehe. Ich sag doch, die Sim kannst du. Diana kannst du direkt verkaufen. Die sind da, da sind doch zwei Level 6er dabei. So ist es jetzt nicht, aber trotzdem. Diana wär ich noch mehr abgegangen. Ne, ist er nicht. Dann hätt ich den AP Carry Jockey genommen. Ich mach schon einen Dragon alleine, Alter. Auf Ärger. Sinn oben? Mhm. Jetzt hab ich den gesmited. Den low. Ne, äh äh. Bleib da. Ja. Nice. Keine Chance, äh. Ne. Hast du ihm einen Kick, Roundhouse Kick gegeben oder was? Ja. Äh. Das war, das war ein useless Teleport. Ja, das war ein Teleport in seinen Tod. Hast du gesehen, die Combo Pitbull? Hol ihn dir. Nice. Nice, gell? Zum Minion und dann zum... Film Raven. Oh, beendet das mal nicht so fix. Los! Leute, da war ein Pilz. Uncool. Trash ist irgendwie voll der Nice Supporter. Hm, hab ich auch Trash. Der geht richtig ab. Das hab ich nicht. Leider. Ja. Ich feier Kata. Hol dir den Red Buff, wenn du den jetzt willst, Pitbull. Ist keiner. Meinst du bei uns? Achso. Ne, den hole ich mir jetzt. Loll! Kata OP. Boah, jetzt gibt der mir auch seine Oldie. Ernsthaft? Wo ist denn hier der Supporter, der alles voll wardet? Oder der sich mal... Kauf mal Oracle Trash. Wetter. Ja. Ja, wegen den Pelzen von Temo. Wo bin ich jetzt noch andere? Warum? Weil ich es kann. Man muss aber ja später machen. Ach, der ist dann der scheiß Typ. Ja, jetzt ist seine Karte weg. Aua, hat er sonst nicht gezogen, gell? Hey, ich will auch ein bisschen Spaß haben. Wartet mal auf mich. Nein, der hat mich entzündet. Nein. Nein. Respekt dafür, dass du mich entzündet hast. Nein! Nein, was? Hat mich jemand entzündet, sonst wäre ich entkommen. Ich wollte auch Spaß haben. Ich wäre sowas von entkommen, wenn er mich entzündet hätte. Ach, Dini, du bist zu spät. Ja, ich merke das schon. Echheit. Ey, macht mal noch ein Finish hier. Also ich geh jetzt mal derweil unten ein paar Versalen wegmachen. Good Job. Gleich geben die doch eh auf. Nein, weh, gebt auf, Alter. So gehen Sie damit hin. Dann können nicht mehr, wenn nur hoher die Nase oder hoher die Ziele hinaus gehen. Aber da sind immer noch nicht ganz einfach das.